Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Dang, ich sehe gerade, ich habe das Chat-Plugin neu angepasst und es ist noch ein bisschen zu breit. Kann ich das ändern? Kann ich das auf schlanke, sagen wir mal 530 Pixel breiter? Ah, ja gut, dann schmaße ich auch gleichzeitig den ganzen Text raus. Aber wir können ja vielleicht das ganze Ding... So geht das doch. So, dann passt das auch alles. Dann, jetzt wirklich herzlich willkommen. Wir machen eine Sache, die ich lange, lange, lange Zeit vor mir hergeschoben habe. Warum? Ich bin verwirrt. Mir wird hier eigentlich... Ah, jetzt hat Obi es das auch gemerkt. Fantastisch. Ja, wir machen Polkermans Go Tier 4 und es wird ein fantastischer Spass für das. Es wird großartig. Ähm, wir starten mal. Ob ich mir das gut überlegt habe? Ich denke nicht. Aber hier ist schon ein interessanter, wichtiger Punkt. Introducing Taskmasters. Äh, uh, die bleiben sogar da drin. Das ist ja fantastisch. Ähm, ich muss jetzt nämlich für Pokémon Go gar nichts machen. Wir haben nämlich die Taskmaster und die sind super. Mehr oder minder. Also, es sind jetzt seit dem letzten Update Autoklicker im Spiel. Was ich persönlich, ähm, bislang eher mediocre fand. Äh, zugegebenermaßen. Ach, das brauche ich ja gar nicht. Äh, Billy kann ich mir total schenken. Bainerall ist wichtig. Spawn Speed ist wichtig. Ähm, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, das ist das gleiche. Jawohl. Und dann brauchen wir, äh, hier zwölf, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, dann läuft erstmal viereinhalb Stunden. Ähm, ja, zu den Taskmasters oder Autoklickers sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, da habe ich gerade die Frage im Chat sehe. Ja, das ist das letzte Objective, was ich gerade noch offen habe. Ich habe, äh, vergangene Woche, also von vergangene Woche Dienstag von der Challenge bis diese Woche Dienstag zur aktuellen oder zur jüngsten Challenge, äh, alle verbleibenden T4 Objectives gemacht, die ich noch offen hatte. Und die waren alle erstaunlich wenig nervig. Nur auf Pokermann hatte ich halt keinen Bock. Weil das ja das Babysitting Objective hoch 10 ist, beziehungsweise war. Denn es läuft jetzt alles schön automatisch. mehr oder minder. Äh, Splash Damage wäre eventuell noch eine Sache. Achso, kann ich einfach hier spammen. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich nur Spawn Speed und vielleicht irgendwann ein bisschen Damage. Aber bis Area 1050 sollte das eigentlich auch so gehen. Ja, Double Quest Drops können wir uns total sparen. Das heißt, äh, Billy brauche ich nicht, Shin könnte ich mit reinpacken. Der hat ja unter Umständen auch Spawn Speed. Achso, Moment, Terps können wir auch total drin lassen. Der hat ja auch Spawn Speed. Nö, dann gehen wir wieder rein. Aber tatsächlich kannst du raus. Und du kannst auch raus. Achja. So, die Autoklicker. Ähm, da gibt es ganze drei, beziehungsweise fünf Stück von. Es gibt, äh, sie haben den, es gibt jetzt hier zwei Shops. Ähm, der eine ist der Ruby Shop, der neue Ruby Shop, wo man die Autoklicker kaufen kann. Ähm, es gibt jetzt aber auch noch den Chest Shop, wo man nach wie vor mit Rubys Kisten kaufen kann. Dafür kann man im Ruby Shop keine Kisten kaufen mit Rubys. Macht vollkommen Sinn, oder? Da hat jemand richtig viel nachgedacht. Ähm, ja, aber, äh, ja, wir haben hier den Shop, äh, für insgesamt drei Autoklicker. Äh, der erste kostet 1.000, der zweite kostet, äh, 5.000 und der dritte kostet 15.000 Rubys. Äh, den konnte ich mir leider auch nicht ganz leisten. Ähm, das heißt, ich habe mir jetzt die ersten beiden gekauft und das sind in dem Fall, äh, äh, Computron 9000 und, äh, der fröhliche Knispel hier. Wie heißt der doch gleich? Ach genau, Eve the Butler. Oder wie auch immer man das im Englischen ausspricht. Ja, den brauchen wir aber gar nicht, den kann ich total da hinpacken. Kann ich tauschen. Ich kann sie nicht tauschen, okay. Muss ich so machen. Ähm, man sieht auch schon, wenn ich den hier bewege, äh, tauchen so weiße Kreise auf, wo man die überall hin platzieren kann. Äh, man kann sie auf Autoprogress setzen, was ich immer noch ein bisschen, äh, sinnlos finde. Aber okay. Man kann sie auf sämtliche Skills setzen, was ganz okay ist, äh, und man kann sie auf die einzelnen Crusader setzen zum Leveln. und, äh, hier vorne gibt es noch vier Slots. Und, äh, tatsächlich, äh, sind insgesamt vier Crusader. Daran, dass ich wirklich die mit Echtgeld gekauft habe, sieht man, dass ich sie sehr gut finde. Naja, sie bringen einfach eine ganze Menge Geschwindigkeit rein. Also die Sache ist, vier Crusader sind sinnvoll, äh, vier Crusader. Vier Autoklicker sind sinnvoll, fünf ist fraglich. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt, aber vier ist auf jeden Fall sinnig. Damit man einen auf den Main-DPS zum Leveln packen kann, was ich auch gleich tun werde. Und, äh, äh, man sieht schon, wir haben, wenn jetzt nicht gerade die Tanki Mistviecher ankommen, äh, relativ schnell ein Item-Pickup, also das Gold wird ja super schnell aufgehoben. Und das kommt, alter, die Schilden, das ist doch assi, wer hat sich denn das ausgedacht? Ich habe gedacht, das geht schnell, aber nein, nix ist. Ähm, ja, also sobald man hier vorne in dem Feld drei Autoklicker drin hat, äh, hat man halt super schnellen Item- beziehungsweise Gold-Pickup und das sogar schneller als mit Pennys Golden Epic. Das heißt, Penny ist zumindest für Speed mehr oder minder nutzlos geworden, solange man mindestens drei Autoklicker hat. Ähm, sie ist natürlich für Female DPS Crusader immer noch ein super Buffer. Aber das, äh, bleibt natürlich nach wie vor, deswegen verwende ich sie auch nach wie vor, also hier in der Formation jetzt nicht, aber, äh, in meinen Freeplays definitiv. Ja, und, ähm, mal gucken. Ich habe schon die einen oder anderen Berichte gehört von wegen, ja, seitdem die Autoklicker drin sind Gamecrashes. Ich habe bislang noch keine gehabt, toi, 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 gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. So, ähm, na, einen Tag werden wir wahrscheinlich nicht brauchen dafür. Äh, dann schicke ich mal keine Crusader weg, die ich fürs Freeplay benutzen würde. Äh, aber du kannst weg und du kannst auch weg. Bye. So, oh Gott, es kommt doch hier alles niemals mehr an. Du und, na wobei, du und du kannst auch mal mit weg, tschaui. Äh, dann, du meinetwegen und du und, pfff, du und du, tschönen. Ähm, Gott, wo kommen diese ganzen Objectives her, unglaublich. So, du und, keine Ahnung, du und, pfff, haben wir es jetzt, sehr schön. Äh, Temple of Dumb ist demnächst fertig, in der Stunde 22, mal gucken, ob es was wird. Das Shielding nervt einfach extrem. Ja, ich werde wahrscheinlich einen Healer brauchen. Wir shielden da sich gerade zwei gegenseitig? Ist es das? Ja, okay, RIP. Können die sich echt gegenseitig shielden? Das wäre ein bisschen hart-assi. Ach ja, aber es würde mich auch überhaupt nicht wundern, es ist schließlich Coden im Entertainment. Und das Objective ist ja auch noch nicht so lange draußen. Erst ein paar Wochen, Monate, Monate eher, da kann sowas mal passieren. Unglaublich. Aber ja, ähm, genau, wir waren noch bei den Autoklickern stehen geblieben. Die kann man auch, ich weiß gar nicht, kann man die hier schon kaufen? Prinzipiell gibt's, ich weiß gar nicht, ob's auf Steam geht, auf Kongregate geht's auf jeden Fall. Ähm, kann man hier kaufen. Also hier, wo auch die Starter-Packs mit bei sind, kann man sich Otto von Click kaufen. Und wie heißt das Vieh? Molly the Mauser. Äh, die beiden kann man sich hier noch kaufen. Äh, da gibt's noch ein bisschen Stuff dazu. Otto kostet, äh, rund vier Euro. Also es sind fünf Dollar und ein paar Zerquetsch, also circa vier Euro. Ähm, dafür gibt's aber auch noch, ähm, einen Catalyst und ich glaube zwei Quantum Leaps irgendwie mit dazu. Und Molly kostet das Doppelte. Ähm, auf Steam ging's auch. Okay. Molly kostet das Doppelte, also so ungefähr irgendwie acht bis neun Euro. Ich hab grad nur die Dollarpreise im Kopf und natürlich, äh, die Umrechnung nicht eins zu eins berat. Ähm, aber ja, sind acht bis neun Euro und dazu gibt's dann, ähm, auf jeden Fall noch mehrere epische Spawn Speed Buffs. Es gibt 2000 Common Crafting Materials und ich glaub noch irgendwas anderes. Noch mehr Quantum Leaps oder Catalysts, eins von beiden. Ja, also ist jetzt nicht super günstig, braucht man nicht unbedingt, aber ich fand's mal okay. Zumal ich Millgrids Golden Epic Head schon ausgesetzt habe. Und wahrscheinlich auch künftig keine Golden Epics mehr kaufen werde. Es sei denn, irgendwas kommt rein, was absolut 100% wichtig fürs Vorwärtskommen ist, mehr oder minder. Also, mal gucken. Dann vielleicht noch, aber ansonsten bin ich bei Golden Epics an sich raus. Und dann hab ich gedacht, kann ich wenigstens da mal ein bisschen Geld rausschmeißen für Crusader. Das hab ich lange nicht mehr gemacht. Ich glaub das letzte Mal Geld ausgegeben für Crusader, das ist bestimmt locker ein halbes Jahr her. Ich überlegen müsste, was das letzte Golden Epic war, was ich mir gekauft habe. Für Tier 3 habe ich mir ziemlich sicher keins gekauft. Ich würde sagen, dass... Ich weiß gar nicht, gab es sonst irgendwas zwischendurch? Ich würde fast sagen, das letzte, wofür ich Echtgeld ausge... Ähm... Das letzte, wofür ich Echtgeld ausgegeben habe, wird Mindy's Golden Epic Head gewesen sein. Hm. Aber ansonsten... Ich gucke gerade mal. Haben wir... Ja, toll. Ja, okay. Er nimmt wirklich die Zeit seit Reset. Äh, ist ja fantastisch. Ich hab halt, ähm... Nachdem das Freeplay durch war, das Spiel halt, also halt auf die Maske gepackt. Also auf die... Wähl dein Objective Maske. Und hab's da erstmal zugemacht. Ich mir dachte, oh naja... Jetzt irgendwie für anderthalb, zwei Stunden oder so noch ein Freeplay anzufangen, lohnt nicht wirklich. Aber nun ja. Das sind insgesamt 11,89€. Okay. Gut zu wissen. Ähm... Dich brauche ich gerade nicht. Du kannst auch mal mit weg. Bei ihm. Na, schielen die sich schon wieder gegenseitig? Fuck off. Man kann über Steam angeblich die Klicker kaufen. Rubies kannst du nicht gegen Echtgeld kaufen. Rubies, äh... Kriegst du nur ingame. Ich hab's aber auch über Congregate gemacht, also frag mich nicht. So, haben wir eigentlich noch irgendwie mit Spawn Speed. Können Frosty dann auf jeden Fall mal rein nehmen. Und... Detective Kane einfach für Magnify und Stormrider. So pro forma. Seit wann sind diese nervigen Trainer eigentlich da drin? Erst der T4? Ah ja. Ähm... Ähm... Also ne, nicht die Trainer, sondern die Evil Henchmen. Natürlich. Vom Team Teddium. Vollkommen klar. Hustle Coden im Entertainment ein bisschen dafür. Okay. Bei Steam überm Browser. Nicht übers Tool. Alles klar. Ich trinke erstmal einen Kaffee, weil das kann ich am besten. Abgesehen davon knuspe ich euch jetzt leider einen vor. Ich hab nämlich bislang eher so halbherzig gefrühstückt und hab noch ein Brötchen am Start. Von daher werde ich das mal nebenbei eben futtern. Versuch mal nicht so sehr ins Mikro zu knistern und knuspern. Was absolut nicht funktioniert. Entschuldigung. Das Problem ist auch einfach, ich hab die Brötchen ungefähr zwei Minuten zu langem Ofen gelassen. Und deswegen sind sie deutlich knuspriger, als ich sie eigentlich haben wollte. Passiert. Sind eigentlich im Stream die Qualitätsoptionen gerade am Start? Also kann man die Qualität runterstellen, wenn man möchte. ja sehr schön. Was zur Hölle? Oh, okay. Zeus soll wahrscheinlich Zeugs kaufen, oder? Äh, Zeugs heißen. Nicht Zeus. Ich hab grad verwirrt und dachte mir, was für eine göttliche Bratwurst ist das? Ja, ich mache exakt nichts Schaden. Das ist echt ein bisschen assi. Also, dass du in dem Sinne, naja, mehr oder minder Soft blocken kannst, ist schon eher assi. Hm. Runtime ist um 20 Minuten schneller durch die Taskmaster. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also, ich habe jetzt nicht konkret auf die Zeit geachtet, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es deutlich schneller ist. Und das halt nur durch die schnellere Pickup-Time, die ja mit Penny eh schon zügig war. Mit irgendwie 1,25 Sekunden. Aber wenn man jetzt 1500 Areas lang nochmal jeweils eine Viertelsekunde spart, wenn nicht mehr, müssen wir mal ganz kurz gucken. Hm. Hm. Sollten das eigentlich nur rund 6-7 Minuten sein. Hm. Ein Klicker allein macht eigentlich noch keinen schnellen Auto-Pickup. Eigentlich brauchst du 3 dafür. Wenn ich nur einen drin habe, klicken die zwar, aber sammeln halt nix schnell auf. Ne? Es bleibt ja jetzt halt alles vor dich liegen. Warum bist du denn jetzt darauf? Äh, wo habe ich denn... Achso, es ist schon wieder da oben. Okay. Eigentlich auch total sinnlos, dass man 3 dafür braucht, aber... Okay. So sei es. Ich stelle das einfach nicht in Frage. Irgendwas hatte mich gestern noch gewundert. Ich mir dachte, das ändern sie vielleicht noch, aber ich habe vergessen, was es war. Kann offenbar nicht so dramatisch gewesen sein. Hm. Habe ich jetzt für 4 Stunden Billy weg? Aber bringt uns ja eh nix. Naja, mal gucken, wann ich mir den letzten leisten kann. Also den... Achso, der ist hier noch gar nicht mit bei ihm. Ähm. Ich finde es total sinnlos, dass sie die Shops so aufgeteilt haben. Es ist einfach so richtig unnütz. Ähm. Wann ich mir den leisten kann. Da fehlen mir jetzt halt noch... Etwas über 8.000 Rubys. Und ich kriege hier jetzt noch 450. Falls irgendwann mal Amusement Park of Doom T4 kommt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Objectives. Äh. Gehen wir mal von 450 aus. Sind das nochmal 3.000 ungefähr? 3.000... Ja, dann lande ich ungefähr bei 10.000. Dann fehlen mir immer noch... Dann muss ich immer noch 5.000 Rubys durch Daily Quests und Missionen hergrinden. Das geht bestimmt richtig schnell. Warum verbinde ich diesen Song plötzlich mit House Flipper? Wow, kein Cooldown. Ganz ehrlich, wenn ich hier nachfah... Statt dem Splash nehme... Ich auch mehr als genug von... Sollte das doch wahrscheinlich mehr bringen, oder? Na wobei... Eigentlich bringt das wahrscheinlich einen Scheiß. Aber passt schon. Wir haben es ja. Weil die Shield-Viecher gehen dadurch ja auch nicht langsamer kaputt. Nee. Hm. 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 Es kann übrigens sein, dass ich den Stream 2 teilen werde. Hm. Hm. Ich muss nachher nochmal weg. Also irgendwie so... Ist noch ein paar Stunden hin, aber das Objektiv wird ja eine Weile gehen. Ähm. Hm. Hm. Ich habe Freundinnen versprochen, mich später um ihre Haustiere zu kümmern. Weil die sind... Im Urlaub. Also nicht die Haustiere, sondern die Freunde sind im Urlaub. Und... Hm. Hm. Deswegen muss ich da mal kurz die Katzen versorgen. Aber... Das heißt, da bin ich dann mal irgendwie zwischendurch eineinhalb, zwei Stunden weg. Im Zweifelsfall. Heute Abend. Kommt. Aber... Hm. Sollten wir bis dahin mit dem Objektiv noch nicht durch sein, ziehe ich es durchaus in Erwägung, hinterher weiter zu machen. Wenn ich wieder zu Hause bin. Oh Gott. Brötchen, man. Echt zu lange im Ofen. Kriegt super die Pappfresse davon. Da habe ich gedacht, mit den Autoklickern könnte man... den schönen Pokémon GO jetzt alleine durchlaufen lassen. Und für Tier 1 bis Tier 3 funktioniert das auch. Aber T4? Nicht so. Schade eigentlich. Stats unten sind übrigens aktuell. Auch wenn ich sie jetzt zur Abwechslung mal nicht in der Folge aktualisiert habe. Da müsste das eigentlich alles passen. Aus. 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 .. Aus. Ja, die heilen sich auch noch gegenseitig, ja, na super, das, ja, natürlich. Ganz ehrlich, fuck you, Coden im Entertainment. Boah, Alter, wie kann man so einen Scheiß designen? Unglaublich. Weißt du, da denkt sie, ach Mensch, jetzt muss ich wenigstens nicht mehr 1050 Areas lang irgendeinen Scheiß anklicken, dann bauen die so einen Kack rein, dass man je nach Glück mit dem Gegner-Spawn halt einfach manche Areas nicht schaffen kann. Hurra und neu starten muss. Fuck that, wer denkt sich sowas aus? Ernsthaft? Warum macht man sowas? So, fertig schnabuliert, vorerst. Ich bin inzwischen wieder dazu übergegangen, für 10k Training zu sparen. Nachdem ich jetzt die ganzen anderen Sachen irgendwie mitgelevelt habe, das auf 20, das auf 20, das von 5 auf 10 hochgezogen, das von 5 auf 10 hochgezogen. Hier noch für den Rundenwert tatsächlich 5 Level reingepackt und von 195 auf 200 gezogen. Ist jetzt so, ja, kann ich auch weiter für 10k Training sparen. Hurra. Ist ja super günstig, habe ich gehört. So, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten für 60 Areas gebraucht, würde ich mal schätzen. Na, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wir brauchen 200 Minuten für 600. Warte mal, das kann ich doch. 20 für 60, ist doch einfach. Äh, durch 3. Wir müssen 1050. Ah, gut, dann dauert das Ganze ungefähr 6 Stunden. Je nachdem, wie viel Glück oder Pech wir mit dem Gegner-Spawn haben. Was schneller ist als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also ohne die Autoclicker wären es halt wahrscheinlich locker 8 Stunden geworden. Oder noch mehr. Die Shielding-Gegner nehmen auch nur, also die kriegen schon den normalen DPS ab, ne? Wenn ich jetzt, ich überlege, ob ich den Buschwecker oder irgendwie noch mit reinpacke. Ob das dann schneller geht? Wahrscheinlich nicht. Also ob die dann mehr Schaden nehmen. Die werden ja vermutlich so funktionieren, dass die eine gewisse Mindestzeit überleben. Ja. Und das ist halt so eine Sache. So, der hier shieldet ihn und er shieldet ihn. Äh, und er heilt den anderen. So. Gelitten. Also, mit Glück schafft man es, oder es dauert halt ewig? Kannst ja die blauen Schwerter-Buffs raushauen. Naja, ich weiß halt nicht, ob der Click-Damage... Also ja, kann ich machen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass der Click-Damage überhaupt was bringt. Aber probieren kann man es. Wir haben es ja. Haben ja nur rund 12.000 Stück von den Dingern. 13.000. So, wie viel ist das? 9 Stunden. Das ist recht locker. Aber das macht es gefühlt auch nicht schneller. Aber wenn ich jetzt nicht schon das 1-Million-Klicks-Achievement hätte, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit auf jeden Fall. Eigentlich können sie jetzt auch in 2-Millionen-Klicks-Achievement reinbringen oder 10-Millionen-Klicks. Wobei es jetzt natürlich auch nur bei dem Objective so gut funktioniert. Prinzipiell im Freeplay kriegst du ja trotzdem keine Klicks zusammen. Weil solange man Insta-Killt, ist das halt nichts. Ach, siehste. Jetzt weiß ich, was mich noch gewundert hat, dass sie es nicht so gemacht haben. Man kann Autoklicker halt prinzipiell auf den Main-DPS setzen, der dann halt jede Sekunde ein Level kauft. Was, wie wir schon ausgetestet haben, tatsächlich reicht im Freeplay. Wir waren uns unsicher, ob es nicht irgendwie zu langsam ist. Aber es funktioniert. Was ich halt ein bisschen ungeil finde, ist, dass man die halt nicht auf Maximize Crusader Levels packen kann. Also klar sollte der dann nicht jede Sekunde drücken, weil das wird halt, ne, dann sieht das halt so aus, schon klar. Aber so einmal die Minute, oder meinetwegen auch alle zwei Minuten, wäre halt irgendwie deutlich chilliger. Aber nun ja, sei es drum. Uh, das funktioniert sogar, ja? Den so wegzupacken? Ne, wo habe ich denn jetzt hingezogen? Ah, der ist jetzt da, okay. Also zurückpacken kann man sie offenbar nur so, oder? Ja, man muss das Ding erst ausklappen, alles klar. Ne, ne. Also dafür, dass sie, wie lang haben sie den Ruby Shop jetzt angekündigt und wieder verschoben? War der nicht ursprünglich für April angekündigt, frühestens? April oder Mai? Also halt locker vier Monate rausgeschoben, wenn nicht länger. Dafür hätte es sowohl designtechnisch, als auch von der Umsetzung letztendlich hier irgendwie cleverer gelöst werden können. Ich finde, man hätte hier den Shop-Button halt einfach, also ja, ist okay, für, ne, Kisten mit Echtgeld. Aber man hätte doch hier wenigstens noch noch einen Tab reinpacken können für die Kisten mit Rubies. Also natürlich braucht man es nicht zwangsläufig. Aber wenn es halt schon der Ruby Shop ist und der Shop neben den Rubies, warum kann ich denn im Ruby Shop keine Kisten mit Rubies kaufen? Das ist so, ne. Und halt die Sache mit Spend All. Und es würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn sie das schnelle Item Pickup, also wenn das eher zufällig drin ist. Und sie es wieder rauspatchen. Würde mich echt nicht wundern. Also es würde mich aber auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn es genau so geplant war. Also, aber ich kann mir halt gut vorstellen, da es halt erst mit drei Crusader, äh, mit drei Klickern im Feld funktioniert, dass es ein zufälliger Bug ist. Und der jetzt einfach, das mit Item Pickup steht drin, wenn du das Pack kaufst. Oh, hab ich nicht gelesen. Echt, steht das da? Okay. Aber es hat ja prinzipiell nichts mit dem Pack zu tun. Ziehen wir mal einen Klicker auf Feld ohne loszulassen? Oh ja, doch, stimmt. Ihr habt so recht. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Offensichtlich. Gut, dann bleibt das zumindest drin. Immerhin. Prit Penny. Ja, es ist auf jeden Fall eine dezente Verarsche für alle Leute, die... Also, naja, was heißt Verarschung? Aber, ähm... Ich würde mir zumindest verarscht vorkommen, wenn ich irgendwie Pennys Golden Epic, ähm... erst vor, weiß nicht, wann war das? Vor vier Wochen oder so gekauft hätte. Wann war das Objective dran? Ja, von vier bis sechs Wochen, irgendwann im August, glaube ich. So, dann führe ich mir wirklich verarscht vorkommen. So, Moment, ich habe da Geld für ausgegeben und jetzt brauche ich es nicht. Vielen Dank dafür. Ich meine, mir hat es ein Jahr lang was gebracht. So ist okay. Will ich mich nicht drüber beschweren, aber... Könnte man halt auch anders sehen. Ah, wirklich. Wenn dieses Objective 1 bringt, dann, dass man Team Rocket noch mehr hast. Hey, noch 56 Minuten bis Temple of Dumb. Ich wette, es failed. Einfach, weil es im Livestream ist. Abgesehen davon sind bestimmt die letzten sechs oder sieben auch durchgegangen. Wäre aber schade, um... Na, da wollte ich gar nicht hin. Knapp acht Millionen Idols. Ich finde es gut, dass der Effekt vom Crusader entkoppelt wird. Ich sage da prinzipiell auch nichts gegen. Also ich finde es total in Ordnung, dass man halt sich nicht zwangsläufig die Formation mit einem Speed Crusader vollhauen muss. Gerade, weil Penny auch die einzige mit dem Effekt ist. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt halt vor vier Wochen das Golden Epic gekauft hätte, wäre ich, glaube ich, ein bisschen pisst. Aber grundsätzlich finde ich es okay. Beste Crusader in Slot 26, entweder Guardian oder Dr. Evil, kommt auf deine Formation drauf an. Prinzipiell ist Guardian einfach, ich sag mal, universeller einsetzbar, beziehungsweise bringt mehr zum Mimiken. Wenn du aber ein Female Main DPS hast, ist Dr. Evil wahrscheinlich sinnvoller. Also sprich, wenn du Chiyo Main DPS hast. Weil er dann eben drei sinnvolle Legendaries hat und Guardian nur zwei. Können wir mal Theorien in den Raum schmeißen, was bei T4 Events kommt an neuem Gameplay? Ich habe mir noch gar keine Gedanken drum gemacht, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Nächste Woche, ne? Also war doch für voraussichtlich den 4. Oktober angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann man in T4 Events Rubies bekommen. Das wäre gut. Fucking Shielding. Ich finde, sie sollten prinzipiell, wo wir gerade schon bei T4 Events haben, Global einen Time Slow Buff, sodass jedes Objective 24 Stunden braucht. Alter, wenn das kommt, dann gehöre ich mit dem Spiel auf. Dann im Ernst. Beziehungsweise, dann mache ich den Scheiß einfach nicht. Recipes glaube ich nicht. Recipes bekommst du schon durch Missionen und durch den Challenge Shop. Das ist irgendwie... Glaube ich nicht. Wie viele Areas muss ich machen? 1050. Sind ein paar. Aber wir haben bald 10% geschafft. Jip, jip. Das heißt, es wird wahrscheinlich länger als 6 Stunden dauern. Ja, wobei. Wir haben ja nicht direkt zum Beginn der Aufnahme das Objective gestartet. Ich da 2-3 Minuten abziehe. Ja, doch, kommt 6 Stunden ungefähr hin. Also, ich denke mal, wir werden irgendwie so bei 6-7 Stunden landen. Nee, Data-Miner sind... Gott, wie heißt er denn? Doktor... Hm, hm, hm. Kann mir... Äh... Dings, Doktor Null, Doktor Null und Döderlos. Aus dem Schuss her das Discord. Da gibt es auch immer schon fröhliche Informationen. Da gab es zumindest bald hier 3 schon immer fröhliche Informationen vorab. Wie der neue Crusader heißen wird und was er kann. Was können die 3 kleinen rechts im Bildschirm? Das sind die neuen Autoklicker. Und wenn man da 3 von dem Feld hat, gibt es super schnell... Also gibt es quasi Instant-Item-Pickup. Ah, Gott, ich hasse dieses Subjective so sehr... Moly, die Katze hat schon irgendwie... Also vom Ausdruck her hat die schon irgendwie Down-Syndrom, oder? Ich finde übrigens auch Eves, den Butler, super hässlich. Das ist halt so, Alter, das regt mich so auf. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich den für 15.000 noch haben möchte. Den Drachen, damit ich... Ihn hier nicht einsetzen muss. Falls ich doch mal irgendwie Crusader Auto-Level möchte. Ach, Gott, Schilding. Weißt du, sie hätten halt... ...jede Scheiß-Ability reinpacken können. Aber warum Schilding? Warum Schilding? Das macht es aber so unnötig langsam. Der rechte Arm der Katze ist sehr muskulös. Und sie ist nicht mal männlich? Tja. Ist ja nicht so, als würden Frauen das nie auch machen. Schlick, schläg, schläg. Mehr sage ich dazu nicht. Das wollte ich noch starten. Mit dir und... Na, dann können wir das auch so machen. Ach, come on! Wirklich, zwei Areas hintereinander. Das wird anstrengend. Und ich muss nicht mal wirklich was machen. Nur ab und an mal eine Area zurückgehen und wieder vor. Katze und den Zwerg gibt es für echt Geld. Kannst du entweder... Nein, nicht im Challenge Shop, Entschuldigung. Kannst du entweder hier kaufen, im Shop-Tab. Ja, du kannst es nur hier im Shop-Tab kaufen, tatsächlich. Und ich muss noch immer bis Area 1050. Es steht aber auch in den Patch-Notes drin, wo man die Sachen kaufen kann. Irgendwo. Also, beziehungsweise man kann hier direkt einerseits zum Ruby Shop gehen. Und es steht, glaube ich, auch hier irgendwie mit bei. Oder? Nee, steht nicht mit bei. Ich nehme alles zurück. Also es steht, dass zwei als Premium-Pack drin sind, aber nicht, wo es die Premium-Packs gibt. Aber gut, es war dann irgendwie zu erwarten, dass das hier ist. Lohnt es sich, mit dem Game anzufangen, wenn man eine Pause gemacht hat. Eine längere. Also prinzipiell kommt man relativ zügig an Sinniger Crusader. Also ich würde sagen, ja, schon. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so dramatisch wie vor einem Jahr. Oder vor anderthalb. Vor anderthalb Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, mach mal nicht. Aber inzwischen, also wenn du wirklich Bock drauf hast und grundsätzlich eine längere Zeit spielen möchtest, also so viel Bock auf das Spiel hast, dass du sagst, ja, ich möchte eigentlich schon ganz gern irgendwie mehrere Wochen da reinstecken. Also zumindest über mehrere Wochen spielen. Dann würde ich schon sagen, ja, geht klar. Wenn du sagst, ach komm, so für zwei, drei Tage oder so, lohnt es halt nicht wirklich. Man kann ja auch einen Klicker auf Autoprogress lassen und einen auf den Crusader. Dann braucht man gar nichts mehr zu machen. Ja, würde gehen. Wobei ich mich frage, ob der... Können wir es ausprobieren. Habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gemacht. Ah, der macht Autoprogress tatsächlich nur wieder an. Okay, ich war mir halt nicht sicher. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er da halt auch im Sekundentakt klickt. Und das dann halt ständig an und aus macht. Was mich nicht gewundert hätte. Aber okay, dann funktioniert das zumindest. Ah, man kann sie doch da... Nein, man kann... Das ist aber so bescheuert. Ich ziehe ihn hier rauf. Die Umrandung von... Dem Button wird grün. Aber wenn ich ihn loslasse, ist er trotzdem nicht da drin. Ich finde es eigentlich nach wie vor traurig, dass Rechtsklick nichts macht. Man könnte die... Es wäre so simpel, Crusader und die Klicker zurück in ihren Slot, also hierhin zurückzupacken. Einfach mit einem Rechtsklick drauf. Wie gut wäre das? Okay, dass das im Browser nicht geht, verstehe ich. Aber wenigstens auf Steam hätte man das so umsetzen können. Aber nun ja. Oder im Zweifelsfall mit einem Doppelklick. It's not a bug, it's a feature. Ich bin gar nicht nur am rummeckern. Ich habe prinzipiell auch schon gesagt, dass ich die Klicker für das schnellere Item Pickup super finde. Ich bin dann nur übergegangen zu meckern. Weil es halt auch viele Sachen gibt, die einfach nicht vernünftig funktionieren. Abgesehen davon wäre es doch auch nur halb so lustig, wenn ich... nicht mindestens einmal pro Crusaders-Folge irgendwie sage. Was für ein Kack-Scheiß-Spiel, das ein behinderte Dreckshaufen ist. Oder sehe ich das falsch? Du musst deine Frau fragen, bevor du die ingame irgendwelche Sachen kaufst? Okay, ich stelle das einfach nicht in Frage. Mal wieder die Joxcast-Folge anschauen. Die ersten sieben Minuten der Joxcast-Folge oder die ersten siebeneinhalb sind schon sehr weit vorne auf jeden Fall. Die finde selbst ich unterhaltsam. Und ich gucke meine Videos in der Regel nicht nochmal an. Also beziehungsweise nicht zum rein unterhaltsamen Zweck, sondern einfach um zu gucken, ob ich grundsätzlich mit dem zufrieden bin, wie es geworden ist. Trotzdem investiere ich weitere Lebenszeit in diesen Kack-Scheiß-Behinderten-Dreckshaufen. Ja! Macht ja auch unfassbar viel Spaß. Und wenn es nicht... Ich meine, es macht halt mehr Spaß, als dass ich Sachen zu nörgeln habe. Von daher ist das, finde ich, vollkommen gerechtfertigt. Aber nur weil ich Spaß daran habe, darf ich mich doch wohl trotzdem über Sachen beschweren. Beziehungsweise darf ich Sachen kritisieren, die ich halt nicht gut umgesetzt finde. Du hast nach langer Pause letztes Weihnachten wieder mit dem Spiel angefangen und dir fehlen nur noch Gio und Casey, ne? Die kriegst du ja voraussichtlich nächste Woche. Also zumindest Gio. Casey ist... Welches Event war ein Casey? Thanksgiving, ne? Ja, Thanksgiving auf jeden Fall. Shanna war Halloween? Hm. Muss ja eigentlich, oder? Da kam ja nichts zwischen. Es ist ja jetzt nur noch Carnival. Es sind ja dieses Jahr nur noch vier Events, oder? Oh stimmt, Victor war Halloween. Shanna kam es später. Stimmt, Victor ist ja der erste im Slot 26 gewesen. Ihr habt zu Recht. Ja, dann macht das auch Sinn. Aber stimmt, es kommen tatsächlich auch nur noch vier Events. Carnival, Halloween, Thanksgiving und Weihnachten. Du machst jetzt echt Pokemon Go? Wie kommt's? Äh, es sind Autoklicker im Spiel und ich muss nicht mehr selber klicken. Ich muss nur noch daneben sitzen und mich aufregen über die scheiß Shielding-Gegner, die das unnötig langsam machen. Wie man gerade sehr schön sieht. Aber ich muss nicht klicken. Und es läuft mehr oder weniger von alleine. Das heißt, ich kann hier sitzen, nörgeln und Kaffee trinken. Und das ist genau das, was ich an einem freien Samstag machen möchte. Wie ist eigentlich deine Formation in World's Wake aufgebaut? Ähm, ich würd's dir gern zeigen, aber, ähm, grad schlecht. Ähm, siehst du, also warte mal, ist das in irgendeinem jüngsten Video drin? Also ich kann's dir prinzipiell sagen. Äh, willst du Speed-Formation oder DPS-Formation haben? Also ich hab sie, glaub ich, auch einfach im Kopf. Warst du schon im Predator drin? Nee, tatsächlich noch nicht. Äh, seitdem ich, äh, Vollzeit im Team, Kinoarbeiter, also seit Anfang des Monats, äh, war ich tatsächlich nicht einmal privater. Äh, die DPS-Formation. Okay, ähm, ich fang mal World's Wake in der hinteren Reihe an, also in der Vierer-Reihe, und geh die Reihen dann jeweils von oben nach unten durch. Ähm, das heißt, ganz hinten oben haben wir erst Irolon, da drunter ist Cizeron, da drunter ist Casey, und da drunter ist Pete. Dann in der Dreier-Reihe haben wir Chio, Brogon, Penny, in der Zweier-Reihe Milgrit und Dr. Evil und ganz vorne Mindy. Penny kann ich ersetzen? Nee, kann ich nicht. Also, warum sollte ich? Ich meine, Penny hat für Female DPS einfach drei gute Legendaries und noch eine Formation Ability. Also, Penny bringt einfach einen unfassbaren Schadensboost. Nur weil ich den Autopickup jetzt mit den Klickern machen kann, schmeiße ich ja nicht irgendwie E3-Schaden weg. Der Kaffee war auch schon mal Wärme. Oh wow, vier Stunden Hip-Hip-Horay. Eigentlich möchte ich da Penny nicht wegschicken. Da kann ich in der Zeit auch mehr als drei EP-Farmen. Ach, schaff's auf. Sind eher E4-5, vielleicht sind es auch E4-5, keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt, aber ist auf jeden Fall eine Menge Schaden. Der Klicker levelt weiter, wenn der Crusader Max-Level angekommen ist. Hm, okay. Die Ability alleine hat schon fast E4-5, okay. Naja, wobei, kommt auf den Legendary-Effekt an. Also, wie hoch du das Legendary gelevelt hast. Der Effekt wird ja durch den hier durch das Ding verstärkt. Was zur Hölle ist Flex Seal? Oh, okay. Ja, okay. Ich wusste einfach nicht, dass das Ding so heißt. Den That's a lot of damage Meme kenne ich prinzipiell auch. Ich wusste nur nicht, dass das Ding Flex Seal heißt. Oh Gott. Doch, ich brauche mehr Kaffee. Au. Ist ja gerade geknirschert, war mein Ellbogen. Das klang nicht gut. Muss mal eben kurz was testen. Okay, daraus geht. Alles klar. War mir nicht sicher, ich hatte irgendwie, ich bin vorhin komplett umgestiegen von Streamlabs Open Broadcaster, also von dem Open Broadcaster Software Tool, wo alles von Streamlabs direkt integriert ist, wieder auf das ursprüngliche OBS Studio, weil der Streamlabs Client leider total scheiße ist. Und dann habe ich aber mit dem Alert Plugin noch ein bisschen rumgespielt und war mir nicht sicher, ob es funktioniert. Wen mimikst du in deiner Speed Formation? Also während Sprint Terps und Banerall und nach Sprint Shin und Billy. Wer spielt S&F? Samantha and Fonker? Nein, wahrscheinlich Shakes and Fidget, oder? Ich meine... Wie ist das so? Ich glaube, keine Ahnung. Yay, ich lag richtig. So, so die Frage, sitzt man das aus? Ist wahrscheinlich immer noch schneller. Aber man muss ja im Zweifelsfall die 25 Kills wieder abwarten. Ich habe übrigens neulich, jetzt muss ich mal gucken, auf Steam Got Awful Clicker angefangen, mache ich auch demnächst nochmal ein Vorstellungsvideo zu. Keine Ahnung, habe das immer hin, weiß nicht, wann habe ich mir das geholt? Vor drei, vier Tagen oder so? Da bin ich schon zehn Stunden reingesteckt. Also es hat mich noch nicht völlig überzeugt, aber es ist nach zehn Stunden zumindest nicht unfassbar schrecklich. Gehst du mal zum Lidl Bratwurst holen? viel Spaß. Nein, mein Autoprogress ist aus. Achtet man einmal nicht drauf. Unglaublich. Was ich Fragen habe, bist du da schon recht weit. Ja, ich bin, keine Ahnung, bei Path 1200 oder so. Das, ich meine, das spielt sich ja mehr oder minder von allein. Also da gibt es ja jetzt nicht irgendwie so super krasse Sachen, auf die man achten muss. Die Clicker sind echt super, wenn man am Anfang der Challenge Penny noch nicht kaufen kann. Die Clicker sind allgemein sehr super, wenn man in einem Objective oder einer Challenge Penny überhaupt nicht kaufen kann. Und ja, God Offer Clicker ist extrem unübersichtlich. Definitiv. Also es geht. Der Einstieg ist nicht so dramatisch. Aber es kommen relativ zügig relativ viele Sachen dazu und man braucht auf jeden Fall eine Weile, um sich da durchzufinden. Zumal viele Sachen auch einfach relativ wurscht sind und im Hintergrund laufen. Also kannst du halt sämtliche Skills. Es gibt irgendwie, weiß nicht, locker 20 verschiedene Skills, die man alle per Hand auslösen kann. Man kann die aber auch komplett automatisieren und sich einfach überhaupt nicht mehr drum kümmern. Klar ist das dann halt so, dass du vielleicht nicht ganz so gut vorwärts kommst, weil du manche Skills nicht cool in der Kombi zusammen einsetzt, sondern die automatisch eingesetzt werden, sobald der Cooldown abgelaufen ist. Aber who cares? beziehungsweise das kann man sich dann selber aussuchen, ob man das möchte oder nicht. wow. Wir waren bei den T4-Events noch nicht wirklich weitergekommen, beziehungsweise sind da relativ schnell abgestorben. Ich habe irgendwie auch keine so eine richtig gute Idee. Wir hatten das ja bei Idol Champions, wo es, naja, letztendlich spielübergreifend was gab. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir fast vorstellen, dass sie... Ah, wobei, ne, eine zweite Prestige-Währung ist eigentlich unwahrscheinlich. Eher nicht so. Die Frage ist, ob sie klassisch auch einfach wieder fünf Objekte... Sind es fünf? Ja doch, fünf Objectives dahin packen oder das ganz anders machen. Dass es vielleicht auch nur ein Objective gibt, was dann irgendwie extra schwierig ist. Und zumindest soll es ja keine neuen Crusader geben, oder? Also beziehungsweise gab es keine konkrete Aussage zu. Es gab ja nur die Aussage, dass sie was anders machen wollen. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch neue Crusader gibt. Sie meinen, sie würden es anspruchsvoller gestalten? Anspruchsvoller weiß ich nicht. Sie sagen, anspruchsvoller habe ich ein bisschen Angst. Anspruchsvoller heißt, in 90% der Fälle nehme ich einfach nur nervig und langsam. Ich habe aber die letzten beiden Q&A's auch nur überflogen, wenn ich ehrlich bin. Also, vielleicht steht da noch was drin. Ich kann einfach mal fix gucken. Vielleicht finde ich irgendwo noch was. Wo ist denn, wo ist denn das Q&A mit Justin? Das ist doch gar nicht so lange her. Das ist einfach so viel Trash in diesem Subreddit. Ah, war gar nicht mit Justin, war mit Kevin in Wirklichkeit. Aber ich habe es gefunden. Okay. Nee, dann nix dazu. Auch nix dazu. Nope. Okay, in dem Q&A mit Kevin ist auf jeden Fall nichts Sinnvolles. Ja, soon.tm. Dass wir von Erika nichts Sinnvolles kriegen, war ja auch irgendwie, also es ist ja nichts Neues. Where to put the Tier 4 Event Crusaders? Nee. Okay, also doch Neues Crusader, weil wir ja nicht genug haben. Weil wir dringend 16 weitere brauchen. Sind sogar 18? Irgendwie so. Oh, falls übrigens irgendwer, ich poste den Code gerade nochmal in den Chat, wo ich ihn sehe, falls irgendjemand den Code noch nicht eingelöst haben sollte, dafür gibt's ich weiß gar nicht was, ich glaube es sind zwei Jewel Chests vom vergangenen Event für den Server da und vergangene Woche Samstag. Also als Entschuldigung. Ah, es sind sogar drei Kisten. Okay, ich dachte es wären nur zwei gewesen. Hm, okay. Okay, und im Q&A steht von Erika auch nur Nein, keine Hinweise wie T4 funktionieren würde, also T4 Events mit dem Hinweis darauf, dass die ähm jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen Ja, halt die Leute, die standardmäßig den den Code durchwühlen, das schon früh genug spoilern werden, sobald es im Spiel ist. Wie komme ich denn jetzt nicht auf den Begriff Ach, keine Ahnung. Auch egal. Why? Ist es lockt? Nein, es geht tatsächlich vorwärts. Okay. 2 Millionen, sollte das eigentlich locker machbar sein. Ich meine, du kannst im Zweifelsfall Milgrid mimiken. Wird halt immer noch scheiß langsam sein, aber funktionieren sollte es eigentlich. sind tatsächlich sogar nur 12 Euro. Mehr oder minder. Oder sind es auf Steam tatsächlich 15 Euro dann zusammen? Also zumindest, wenn du für den Dollarpreis einkaufst, sind es umgerechnet nur 11,90 Euro oder so. Was? 3 Euro günstiger? Voll der Schnapper. Sofort kaufen. Ist bei Rewe nicht auch diese Woche 20% auf alles oder so? Also, hat Rewe nicht Tiefpreiswochen? Vielleicht kriegst du die ja da. Ne, wahrscheinlich sogar auch auf Tiernahrung. Praktik hat ja schon Pleite gemacht vor Jahren. Okay, dann sind es 12,18 Euro. Meinetwegen auch das. Gab es eigentlich schon irgendwas Spannendes auf der, äh, wie heißt denn jetzt? Auf der EGX? Oder auf der EGX? Bislang noch nichts mitbekommen. Hm. Ist, glaube ich, auch einfach noch zu klein, als dass da irgendwas Nennenswertes passieren würde, oder? Die Tiernahrung ist schuld daran, dass Praktika pleite gegangen ist. Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, da ist eher schuld mit dran, dass sie permanent Geld für Manfred Lehmann als Sprecher ausgegeben haben für die Werbung. Hättest du dir die Klicker auch geholt, wenn du alle drei normalen hättest? Ähm, ich hätte mir einen auf jeden Fall gekauft. Ob ich mir beide gekauft hätte, weiß ich nicht. Aber einen auf jeden Fall, damit du halt drei ins Feld packen kannst und einen auf den Main-DPS. Kurz vor Ende haben die 20% auf alles, was kein Stecker hat, gemacht. Naja, wenn dir nur 1600 fehlen, kannst du ja einfach ein paar Objectives machen. Du hast ja mit Sicherheit nur welche offen. Das sind halt vier, maximal fünf Objectives. Sehr zügig gemacht. Da war ich einfach zu eifrig und habe, bevor angekündigt wurde, dass der ganze Kram gespart werden sollte, idealerweise, meine ganzen Rubies von den Objectives schon ausgegeben. Schade. Dann haben Leute ernsthaft Stecker abgeschnitten und wollten 20%. Äh, Leute sind so bescheuert. Ist das jetzt gerade gelockt? Ich glaube schon. Ja, die schilden sich gerade gegenseitig. Danke für nichts. Aber ich habe auch so das Gefühl, manche Leute gehen halt nur in irgendeinen Laden oder irgendwo hin, um scheiße zu sein. Beziehungsweise grundsätzlich, um sich beschweren zu können, sonst sind die nicht glücklich. Sind prozentual gesehen nicht viele, aber es gibt sie auf jeden Fall. Nimm den neuen Klicker, haben sie gesagt. Dann wird Pokermann ein Klacks, haben sie gesagt. Prinzipiell ist es deutlich entspannter, als wenn ich jetzt auch noch selber klicken müsste. Also ist schon okay. Das Shielding nervt halt. Aber ansonsten... Dabei haben wir gar keinen Walmart. Ne, das geht aber auch überall anders. Also ganz ehrlich, sieben Jahre im Kino habe ich mehr als genug von diesen Leuten gesehen. So, passiert da noch was? Man sieht so schlecht. Ja, doch, es wird noch was. Okay, sehr schön. Ich habe es halt auch neulich wieder gehabt. Ich habe irgendwie kurz Kollegen an der Kasse vertreten, zur Pause halt, für eine halbe Stunde. Und dann irgendwie so zwei ältere Damen gehabt, die sich über das Bonus-Karten-System beschwert haben. Also wir haben halt so Stempelkarten. Du kriegst halt jedes Mal, wenn... Jedes Mal, wenn du in den Film gehst, kriegst du einen Sub. Nein, vielen, vielen Dank für den Resub Fischertechnik. Dankeschön. Was ich sagen wollte, ist, du kriegst halt bei uns jedes Mal einen Stempel auf die Karte, wenn du einen Film guckst. Also wenn du dir eine Karte kaufst. Und wenn die Karte voll ist, kannst du halt einmal kostenlos rein. Also halt so ein Standard-Stempel-Bonus-Karten-Ding, wie man es halt überall kennt. So, und die haben sich dann beschwert, dass, also wenn ich sie richtig verstanden habe, dass wenn eine Person jetzt irgendwie ins Kino geht und fünf Karten kauft, also für eine Vorstellung, halt nicht fünf Stempel auf ihre Karte kriegt, weil die Karten eben personenbezogen sind. Und man kauft ja nicht fünf Karten für sich selbst, sondern halt schon die vier anderen Karten für vier andere Leute. Die würden dann jeder einen Stempel kriegen, kein Thema, aber dadurch, dass die Karten eben personenbezogen sind, kriegst du halt nicht fünf Stempel für dich selbst. So, musst du halt gegebenenfalls die Stempelkarten deiner Freunde vorher mitbringen, wenn du allein die Karten kaufst. So, machen wir einfach aus dem Grund, weil wir das eine Zeit lang schon so gemacht haben, dass wir halt dann, ja gut, du kaufst fünf Karten, hier kriegst fünf Stempel, passt schon. Haben wir dann aber auch echt mehrere Leute gehabt, die versucht haben, das auszunutzen, natürlich, und versucht haben, uns zu verarschen, haben wir irgendwann gesagt, nö, halt nicht mehr. Dann sind die jetzt halt personenbezogen und ist halt so. Naja, auf jeden Fall beschwerten sich die beiden so halbwegs und meinten, sie könnten das gar nicht verstehen. Und dann setzte ich an, zu erklären und meinte so, ja, also wollte halt auf die Betrugsfälle irgendwie hin und meinte so, naja, sie müssen aber auch irgendwie halt mal einen Blick auf unsere Seite werfen und müssen uns da mal verstehen. Und setzte halt an, das weiter auszuführen und einfach zu erklären und die unterbrechen mich einfach mit, nee, das tun wir nicht, das verstehen wir nicht. Und dann guckte ich die beiden nur an und meinte so, ja, kein Wunder, wenn sie mich nicht ausreden lassen, hab ihnen ihre Karte gegeben und hab den nächsten abkassiert. Dachte mir halt so, okay, dann halt nicht. Wenn's sie nicht interessiert, Pech gehabt. Das ist halt auch so total bescheuert. Das finde ich eigentlich eine relativ wichtige Sache, die man irgendwie haben sollte. Klar kann man Sachen kritisieren, aber man sollte dann auch, oder sich über Sachen aufregen, aber man sollte dann auch zumindest in der Lage sein, wenn jemand versucht, Argumente für etwas zu bringen, über das man sich gerade aufgeregt oder beschwert hat, sich das dann wenigstens anzuhören und zu gucken, ob das Sinn macht oder ob das eine logische Erklärung ist. 20% gleich durch, ich bin schon seit dem Aufstehen heute Morgen zu 20% durch. Aber ja, in der Tat noch 7 Areas, dann haben wir 20% geschafft. Woop woop. Zählen die Special Monster eigentlich mit zu den 25 Kills? Das machen doch nicht mal Lehrer oder Politiker, die kennen das halt nicht anders. Kannst du so prinzipiell auch nicht sagen. Also ja, da ist man das schon irgendwie gewohnt, aber ich habe auch zugegebenermaßen wenige, aber ich habe definitiv Lehrer gehabt, die auch bereit waren einzusehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und es dann eben korrigiert haben und gesagt haben, oh nee, nee, das habe ich falsch gemacht, das passt so nicht, Moment. Es gibt aber auch Lehrer, die sich dann halt hinstellen und sagen, nein, das ist so richtig, obwohl sie wissen, dass es falsch ist, aber halt nicht zugeben können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und nein, ich spiele heute voraussichtlich nichts anderes mehr. Einfach, weil das hier schon sechs Stunden dauern wird. Mindestens. Ja, wahrscheinlich auch eher sieben. Normalerweise zählen Special Spawns nicht dazu. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das macht es leider nicht besser. Erst recht nicht, wenn die Area direkt mit einem Shield den Gegner anfängt. Anderthalb Stunden für 20 von... Ja, nee, es war eher so eine Stunde 15. Stunde 17. Irgendwie so. Also ich würde mal sagen, 77 Minuten... ...sind 6,4 Stunden, wenn du es hochrechnest. Siebeneinhalb ist, glaube ich, auf jeden Fall zu lang. Also solange ich nicht irgendwie zwischendurch AFK muss und das Spiel dann mault, sollte es eigentlich in unter sieben Stunden machbar sein. Was ich ganz okay finde, weil ich halt circa 18 Uhr weg wollte. Für so ein, zwei Stündchen. Aber dann hätten wir jetzt noch fünfeinhalb Stunden. Nee. Äh, vergesst es, haben wir noch ungefähr fünf Stunden, fünf Stunden, zehn Minuten. Ich meine gut, wenn ich viertel nach sechs los war, ist auch nicht so dramatisch. Aber schauen wir mal, wie weit wir bis dahin sind. Ich bis dahin nicht meine Zähne in den Schreibtisch gehauen habe. Erstmal ist in knapp zehn Minuten The Temple of Dumb fertig. Du hast dir alle Ruby-Clicker gekauft, aber keine Ahnung, wann du sie mehr benutzen wirst. Also vier benutzt man eigentlich im Freeplay regelmäßig. Oder zumindest vier Stück kann man sinnvoll benutzen. Halt drei in die Fläche und eine auf dem Main-DPS. Was hälst du von Talia Stormrider? Talia Stormrider ist prinzipiell besser als Frosty. Aber ich bin zu faul, jede Stunde zu casten. Zumal ich auch mit Frostys... ...Level-8-Legendary und Frosty Stormrider... ...ohne Instant-Cooldown, also nur mit einmal auslösen... ...ans Capcom im Freeplay. Von daher ist es mir halt auch egal. Zwei Autoklicker auf Magnify und Stormrider. Also auf Stormrider ja, aber Magnify weiß ich halt nicht. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber müsste eigentlich. Aber ja, dafür könnte man die Clicker benutzen. Aber dann kann ich nicht mehr drei Stück ins Feld packen. Beziehungsweise kann dann, also ich kann entweder dann nicht drei ins Feld packen oder nicht noch einen auf dem Main-DPS. Und wenn ich sowieso manuell zum Crusader-Level reingucken muss, dann kann ich auch manuell Stormrider casten. Abgesehen davon setzt das voraus, dass man die ganze Zeit, also den kompletten Run über Cain oder wen aus dem Slot und Thalia in der Formation hat, was man eigentlich nicht möchte. Die möchtest du eigentlich nur drin haben kurz zum Stormrider casten und schmeißt sie dann wieder raus. Sonst verzichtest du nämlich tendenziell entweder auf Schaden, das heißt deine Speed-Formation läuft nicht so lang, wie sie könnte, oder du verzichtest auf Speed. Das heißt, der Run an sich wird langsamer. Was halt auch nicht der Hit ist. Ist das echt krass. Warum ist denn bei Rex das letzte Upgrade günstiger als bei Casey? Sie gibt überhaupt keinen Sinn. Ob wir jemals eine Area ohne Shielding schaffen werden? Natürlich dreimal in einer Area. Warum auch nicht? Komm, ich will doch nur noch irgendwie die drei Groschen um Casey. Danke, mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das letzte von Bannerall ist auch günstiger als das von Mini. Okay. Beim letzten habe ich nie darauf geachtet, nur beim vorletzten. Und da ist das von Mini definitiv günstiger. Wenn man die einmal gekauft hat, steht der Preis nicht mehr mit Beine. Du hast dich ja ein bisschen dafür, Geld dafür ausgegeben zu haben. Hm. Ich weiß nicht. Ich habe schon für sinnlosere Sachen 12 Euro ausgegeben oder 13. Von daher fand ich es mal okay. Eigentlich habe ich gar nicht so schlecht geschlafen. Warum bin ich so müde? Ich würde gerne ein bisschen Sonne reinlassen, aber dann sehe ich auf dem Monitor nichts mehr. Fenster direkt hinter dem Monitor. Außerdem müsste ich dann aufstehen. Nee. Einfach nein. So faul gerade ist es unglaublich. So richtig faul. Du hast nicht mal Sonne. Früher, wir hatten ja nichts. Nicht mal Sonne. Ach, geht. Also so dauerhaft auch nicht, aber gerade... Verschwindet sie jetzt wieder hinter der Wolke? Weiß nicht. Sie ist, glaube ich, noch nicht so ganz sicher. Wobei doch, ein Wetterbericht sagt, freuen sie sich auf bis zu 10 Sonnenstunden. Kann man mal machen. So Ende September. Finde ich okay. Nimmt da irgendwer noch Schaden? Man sieht es einfach nicht. Ja doch. Hooray. Alter. Shielding my ass. Ja, natürlich. Hat man im Shielding auch einfach super langsam Gegner nachspawn. Das macht es halt noch unerträglicher. Ich überlege, ob ich mir noch einen Kaffee mache, tatsächlich, aber eigentlich nicht. Zumindest noch nicht. Du hast dir nicht Billy's Golden Epic Kafflings geholt? Hm, naja, die kannst du ja inzwischen auch über den Challenge Shop kriegen, theoretisch. Von daher. Ich hoffe ja auf Millwood's Hut im Challenge Shop irgendwann. Mal gucken. Vielleicht in... Nächste Woche resettet das, ne? Ist hier gar kein Timer mehr dran? Aber müsste eigentlich nächste Woche Freitag sein. Ja, wenn du die eh schon Legendary hast, ist es eigentlich auch egal. Also, beziehungsweise nicht ganz, aber ist der Unterschied nicht mehr so riesig. Timer ist bei mir verbuggt anscheinend. Solange ich jetzt nicht auf ewig mit dem Arm von Robo-Klaus fest sitze, ist alles gut. Und... Yes! Sehr schön. Knapp 8 Millionen Idols ganz nebenbei. Hast du den Hut gerade im Shop? Gief. Ja, wobei, ich brauche ihn eigentlich auch nicht. Ich komme... Also, ich brauche ihn nicht dringend. Ich komme inzwischen eher ans Cap, auch ohne den Hut. Also, ohne den... Ohne den Golden Legendary... Entschuldigung. Ich glaube, ohne den Hut kommt keiner ans Cap. Also, komplett ohne Hut. So, Shield und Healing gleichzeitig ist einfach absolut nervig. Jede andere Kombination ist okay, aber das, nein. Na, was hast du jetzt kaputt gemacht, Feuerpilz? Ich brauche eine Disabled Click Animation Option. Ja, das wäre ganz okay. Kann einem unter anderem die Spielfläche schon gut voll spammen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt fängt es dann wahrscheinlich auch an zu laggen, wie Sau. Was für Crusaders ja aber nichts Neues ist. Gibt es eine neue beste Formation für Free Plays mit Clickern? Nicht wirklich. Also, es ändert sich eigentlich nichts an deiner Free Play Formation, außer dass du Clicker reinpackst. Solange du Penny nicht unbedingt für den Schadensbonus brauchst, also wenn du ein Male Main DPS hast, wie Wolf King zum Beispiel, kannst du halt prinzipiell Penny rausnehmen in der Speed Formation und wen anders reinpacken. Aber ansonsten ändert sich da nichts. Cap für Stormrider? Es gibt kein Cap für Stormrider, soweit ich weiß. Also wahrscheinlich bei E308 oder so. Ja, wirklich. Tut sich da noch was? Nein. Einfach nein. Warum ist der Buschwecker drinne? Ich weiß nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass... Also eigentlich kann ich ihn auch wieder rausnehmen. Warum sind eigentlich... Achso, nee. Läuft noch. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich mit Klickschaden durch die Autoklicker die Monster, die Shielding machen, schneller wegkriege. Sagst du nicht, du würdest mit einmal Frosty ans Cap kommen? Ja, ja. Aber nicht ans Cap von Stormrider, sondern ans Area Cap. Also mir reicht halt ein Stormrider von Frosty, um in Area 2060 zu kommen. Also ans Schadens Cap insgesamt zu kommen. Ans DPS Cap. Oh, he's fucking objective. Ich bin so froh, wenn ich das nie wieder machen muss. T5 kommt nicht. Dann hätten sie in die T5-Talente schon eine Option für T5 gepackt. Also ist zumindest erstmal T5 nicht geplant. Fand T4 eigentlich schon nicht nötig, um ehrlich zu sein. Wobei für Events jetzt ist vielleicht ganz okay, wenn irgendwas Cooles kommt. Aber für die normalen Objectives ist es eigentlich echt nur zum Rubies Grinden. Spaß macht es nicht. Also zumindest die meisten... Also es gibt zumindest mehr als genug Objectives, die einfach keinen Spaß machen und die erst recht keinen Spaß machen, wenn man sie nochmal spielen muss. Wie dieses zum Beispiel. Fuck off. Jetzt haben wir es aber auch gerade mit Shielding und allem drum und dran, ne? So die letzten 5 Areas ist echt ein bisschen übertrieben gewesen. Lieber Shin reinpacken? Ja, prinzipiell könnte ich Shin noch statt Buschwerke reinpacken. Aber ist halt so. Prinzipiell könnte ich auch einfach mal Banerail und Rex tauschen. Aber ganz ehrlich, die 3 Spawn Speed von Shin macht dann halt auch nichts mehr aus. Ist die Tage erst aufgefallen, dass Fox Only eine Smash-Anspielung ist? Hast du wohl zu viel Buchstaben YOLO gespielt, wa? Ich fand es halt einfach großartig, wie zig Leute total drauf abgegangen sind. Also halt ernsthafte Presseberichte kamen und zig YouTube-Videos. Und ich saß da nur und dachte mir so, okay, wenn das echt ist, ist es schon bescheuert. Aber ich kann das nirgendwo kaufen. Es gibt das Original nirgendwo zu kaufen unter dem Namen. Ich bin skeptisch. Du hast swag, kleine Mausse, auf jeden Fall. Der Spot war schon echt wack. Alter. Fuck off. Wenn du das lustig findest, dann schau mal nach den News in Amerika und dem OK Handsome. Kann das sein? Vielleicht. Mal gucken. So unfassbar lustig fand ich es jetzt auch nicht. Es war halt mehr so... Vielleicht wartet man erstmal ein bisschen ab, beziehungsweise bevor man stumpf über irgendwas berichtet, vielleicht einen Augenblick drüber nachdenken. Wobei sie prinzipiell, also wobei Mattel jetzt prinzipiell schon eigentlich eine Limited Edition rausbringen müsste, so irgendwie 10.000 Stück einfach nur für die Marketingaktion. Ach, es ging gerade um die Fakeaktion, dass Scrabble jetzt Buchstaben YOLO heißt. Oder heißt es ja nicht wirklich, aber es ging nur um die Marketingaktion. Dieses Objective, ne? Hast du nichts von mitbekommen? Hast du jetzt endlich auch nichts verpasst? Der Werbespot, also der Fake-Werbespot dazu ist halt sehr the fuck, aber... Ansonsten... Du wirst das Objective einfach über Nacht laufen lassen mit einem Klick auf Auto-Progress. Würde ich auch machen, wenn ich nicht beschlossen hätte es zu streamen. Ich würde es einfach, ja wahrscheinlich nicht über Nacht, aber jetzt einfach den Tag über im Hintergrund laufen lassen und mich halt deutlich weniger aufregen. Und ja, die Monster, die hier, oder die Gegner, die hier alles so scheiße machen, sollen halt Team Rocket-Verschnitte sein. Unter anderem... Also halt Jesse, James und... Ich weiß nicht, mehr gibt es doch eigentlich nicht. Ja gut, Mautzy hat aber... Also ist ja... Nicht humanoid. So, ich denke mal, das soll halt James sein, das soll Jesse sein, aber es gibt ja auch noch zwei mit so Hüten auf. Keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht gibt es die in irgendwelchen späteren Staffeln. Ich bin da nicht so im Thema. Hm. Boah, ernsthaft. Wirklich alle fünf Areas jetzt, ne? Ist so nervig. Dann brauchen wir vielleicht doch siebeneinhalb Stunden. Ich überlege, ob ich so nach, nach anderthalb Jahren irgendwie Clive mal wieder eine Mail schreibe, also Clive von CNE, ihm sage, dass ich nach wie vor sehr viel Spaß mit habe, aber mit jeder Faser meines Körpers das komplette Team dafür hasse, dass sie ein Objective wie Pokémon GO entworfen haben. Alter. Geht doch. Warum muss es denn zweimal so scheiße sein, bis es vorwärts geht? Ich bin ja echt froh, dass ich mit Lost World gewartet habe, bis sie das entschärft haben, weil Lost World war auch, also Lost World T4 war anfangs auch echt unerträglich. Habe ich ja, glaube ich, nach zwölf Areas oder so wieder ausgemacht, weil ich echt keinen Bock auf den Scheiß hatte. Nachdem sie es entschärft haben, war es halt 90 Prozent einfach durchideln und fertig. Ich bin ja auch. Aber in convinced er ist,esehen hat er das sehr cool sein. Ich bin ja, glaube ich, bei uns ent motivate wirst du ja mal bere我的 Alltag und 인�omerican Ich bin ja auch nicht entweder mich, wie ich dannте��면 tometriebe. Ich bin ja auch nicht eng. Ich bin ja auch nicht als KWeiß. hat eigentlich irgendwer eine info wann beziehungsweise gibt schon einen termin für den garten dlc für haus flipper ich habe ein bisschen bock drauf wenn ich ehrlich bin jetzt so ein tm ja wahrscheinlich dieses spiel gibt es eigentlich noch objectives die durch die clicker deutlich entspannter gemacht werden also abgesehen vom schnellen item pickup gab damals da ein update ja aber mit nicht viel also du kannst jetzt leitern und gerüste irgendwie don't blink musst du vorher auch nicht klicken also don't blink t4 habe ich halt einfach durchgeidelt ohne einmal zu klicken also gut die ersten fünf monster in der ersten area um geld zu kriegen aber ansonsten invisibility cloak vielleicht möglich stimmt get me out of here ist durch das schnelle item pickup auf jeden fall super findest du den dino unten rechts super süß was für ein dino auch du meinst unten links okay also du meinst doch das viel hier oder nein unten rechts unten rechts ist kein dino oder meinst du das viel ist gerade nur gestorben okay du meinst das viel okay was auch nicht also okay von der Form von der formation her ist es unten ist es schon noch in der linken bildhälfte aber in der formation ist es unten rechts ich habe unten rechts halt irgendwo hier hingeguckt ich weiß nicht ich finde wenn hier schon viecher mit rumlaufen die ja wie pokémon angeblich irgendwas können sollten könnten sie finde ich mehr machen als nur einen spot zu blockieren zum beispiel das shielding instant brechen sobald der shielding gegner die formation erreicht das wäre mal eine maßnahme aber hey wir haben schon ein viertel geschafft schon mehr als ein viertel voll gut hat auch gar nicht ewig gedauert hier eigentlich gerade noch was ne ne na gut in 3 minuten ist was fertig in 10 minuten 1,2,3,4,5 okay die laufen alle mir fehlt eine gold mission die müsste eigentlich langsam mal nach spawnen warum sollte ich zoro in die formation packen für 3 prozent spawn speed danke nein bringt es halt auch nicht also macht das ganze halt auch nicht schneller spawn speed bringt er halt auch nichts also relativ wenig weil durch die shielding gegner beziehungsweise durch irgendeinen anderen gegner gibt es noch spawnen sowieso erstmal ungefähr drei sekunden lang überhaupt keine monster nach das ist halt so und mit drags und triple spawn speed buffs und banerall und terps reicht es halt völlig hin 75 prozent spawn speed hat er bei mir niemals abgesehen davon ist er auf missionen noch drei stunden lang welches item ist das ich dafür brauche die jacke auf legendary naja gut aber die nächsten drei stunden halt eh nicht könntest du demnächst mal deine wolf king heißt son ever formation zeigen ich benutze wolf king gar nicht mehr bin wieder auf Gio umgestiegen weil mir wolf king zu langsam ist hab ich da irgendwo es gibt irgendwo aber ein bild davon wirst halt jetzt schnell lassen ja aber du hast trotzdem keine double drops oder weniger ich kann dir aber ich schreibe es einfach in den chat das ist einfach ausrufezeichen formation bitte das wäre eine möglichkeit mache ich gleich mal das ist quasi world's wake von von oben nach unten von quasi von hinten nach vorne von oben nach unten also zuerst die hintere ich glaube es erklärt sie einfach von selber und dann gucke ich mal ob ich das dem neid bot als formation verpulen kann na komm schon verreck endlich danke so commands custom add command world's wake dps formation cool down stellen wir mal locker auf eine minute ja es geht fantastisch brauchen wir sonst noch irgendwelche commands im chat ich gerade schon dabei bin darf auch gerne irgendein unfug sein ich glaube das automator und das tree command kann ich erstmal wieder raus nehmen der tree ist eh nicht mehr aktuell abgesehen davon der automator auch nicht mehr und wer spielt eigentlich noch clicker heroes 2 so warte mal da muss ich das aber kann ich das gott ich wahrscheinlich gleich stream deception dann muss ich die bot commands ändern ja ok ja ok muss mal gucken ob umlaute gehen sich gut aus finde ich gut warum ist denn eigentlich auto progress aus ergibt das irgendeinem beschießenden sinnen hat 60 sekunden cooldown braucht unbedingt einen klick auf auto progress naja so oft geht er ja auch nicht aus das war jetzt zweimal zweimal denn 300 areas ist akzeptabel also zumindest wo es passiert ist ohne dass ich es selber ausgelöst habe oder habe ich es eben auch selber ausgelöst und einfach vergessen bin ich einfach eine area zurückgegangen und habe vergessen wieder eine area vorzugehen kann auch gut sein möchte ich nicht ausschließen wie viele idols fehlen mir denn jetzt eigentlich noch für das nächste level 10k training 15 millionen hurra nee kann auch passieren wenn du weg vom pc bist das kann leben retten bla sorgt einfach dafür dass das spiel nicht ganz so früh wollt mein tempel ist durch aber locker schon vor einer halben stunde oder so punkte system kann night bot das weiß ich nicht alternativ geht es auf jeden fall über stream labs muss ich mal gucken dann drück mir die daumen für meinen ach du hast schon genug idols du brauchst sie noch mehr bist doch bestimmt schon bald bei zwei milliarden oder du hattest eigentlich immer ungefähr also so zirka doppelt so viele wie ich aber dadurch dass ich jetzt eine woche lang die objectives gemacht habe hast du wahrscheinlich noch mal deutlich mehr 1,8 1,8 ja ok also so 1,8 bis 2 hätte ich jetzt auch getippt schön alle 11 minuten verdient ein zuschauer einen benchpoint wohlgemerkt nur ein zuschauer nicht alle also ich hasse dieses spiel so sehr spielen von haben eine haben schön haben ja ich ihr und und anderen Bei 5 Points gibt es 5 Minuten Timeout. Klingt super. Alter, diese Area ist einfach nicht machbar. Es tut mir leid. Wie kann man so viel Pech mit den Spawns haben? Das ist einfach asozial. Hast du Objectives, die einfach nur luck-based sind? So, im dritten Anlauf dann. Finally. Hast du einen echt geilen Bart? Vielen Dank. Aber ich glaube, da scheiden sich die Geister. Wenn ich so an den letzten oder vorletzten Stream denke. Oh mein Gott, Zopf im Bart. Was für ein Hurensohn. Der Typ war so super. Ich feier den heute noch. War so lustig. Come on. Alter. Mal gucken, ob ich die Mailadresse von Clive noch habe. Clive Gorman. Jawohl. Ich schreibe dir jetzt ernsthaft eine Mail, dass ich das Spiel super finde, aber Pokerman Go mit jeder Faser meines Körpers hasse. Ich schreibe dir vielleicht. Ich schreibe dir jetzt mal eine Mailadresse von Clive. Ich schreibe dir jetzt mal die Einbruch. Äh, accept. Wobei, es ist auch total arschig, wenn ich ihn jetzt nur anschreibe und eigentlich überhaupt nichts will. Außer mich beschweren. Ist schon ein bisschen assi. Mach ich mal nicht. Das kann ich mal, falls ich ihn irgendwann mal wieder anschreibe, irgendwie ins PS anpacken. Ja, gleich kommt Clive in den Stream und beleidigt meinen Bart. Clive schläft wahrscheinlich noch. Wir sind doch neun Stunden zurück. Da ist es halt Samstag früh, sechs Uhr, ja Quatsch, vier Uhr morgens, vier Uhr dreißig. Speichere die Mail mal ab und warte vier Stunden. Zu spät, muss ich nochmal neu formulieren. Hat er aber auch erst zwei Sätze geschrieben. Ich stream eh noch bis der Wache ist. Vermutlich. Aber es ist Samstag. Ich hab keine Ahnung, ob der seine Mails da überhaupt abruft. Funktioniert der Autoprogress auf Mobile nicht mehr? Doch, müsste eigentlich. Aber ich hab keinen Mobile Client mehr installiert. Also weder auf dem Handy noch hab ich derzeit einen Android-Emulator laufen. Von daher. Und ich hab auch keinen Bock mehr wieder was zu installieren. Zumal Mobile quasi tot ist ja schon. Also es wird zumindest sehr stiefmütterlich behandelt, sagen wir es so. Aber was willst du halt machen, wenn du am Spielen nur noch einen Death hast? Nimmt hier gerade noch jemand Schaden? Habe ich eine Chance, die Area zu schaffen? Ich sehe leider nichts. Ich gehe einfach mal von Nein aus. Da wir einen mit Shield und zwei Healer haben, kann das einfach nichts werden. Ich gehe einfach mal von Nein aus. Stimmt, Mobile hat immer noch keinen Challenge-Shop. Das ist echt ein bisschen traurig. Also eigentlich ist die Mobile-Version von Crusaders, also beziehungsweise der einzige Grund für die Mobile-Version ist wirklich halt Offline-Progression. Und die Offline-Progression ist auch nur sinnvoll, weil sie einfach Objectives in das Spiel gebracht haben, die keinen Spaß machen. Und zwar nicht eben wenig. Just saying. So, bringt der Pokerman T4 nur 37,5%? Ja, eher hier Zor-Re-Bahn, wie auch immer. Stelle davon Offline kann man auch einfach seinen PC anlassen? Ja, aber das kostet Geld. Strom und so, weißt du? Strom und so, weißt du? Zwei Euro am Tag ist nix. Das sind immerhin 700 Euro im Jahr. Wenn du das so rechnest. Für 700 Euro im Jahr kann ich aber was Sinnvolleres machen, als irgendwie nachts meinen PC laufen zu lassen. Nimm ich mal fett in den Urlaub fahren zum Beispiel. Mr. Krabs. Gott, ich habe ewig keinen Spongebob mehr gesehen. Was daran liegt, dass ich einfach kein Fernsehen habe. Möchte ich behaupten. Oder du kannst einfach direkt im Spiel Geld ausgeben. Ja, stimmt wohl. Allerdings habe ich da auch noch keine 700 Euro reingebuttert. Ich habe auch keinen Netflix-Account mehr. Dank Windows 10 Multi-Monitor-Lag-Problemen mit Netflix. Letztens herausgefunden, dass die japanische Stimme von Plankton sich anhört wie ein Mädchen aus Animes. Überrascht mich nicht wirklich. Okay, das ist eine Area, die wir nicht schaffen werden. Dank Healing und Shielding. Also fangen wir doch direkt nochmal von vorne an. Das lief die ersten 100 Areas gefühlt besser. Ein Geld vielleicht hätte er ausrechnen, ob dauerhaft PC anlassen oder direkt Zahlen effektiver ist. Ich glaube, das lässt sich so nicht vergleichen, oder? Ich meine, du zahlst ja nicht dafür, dass du Objectives schaffst. Oder die Hälfte von einem Objective überspringen kannst. Spielen musst du es ja trotzdem. Bedauerlicherweise. Das ist ja schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Was für ein Unfug. So. Wow, wir sind zwischendurch nicht gewalt. Oder in... Nicht zurückgegangen. Obwohl ich ungefähr eine Minute nicht auf das Spiel geachtet habe. Verrückt. Dafür jetzt wahrscheinlich. Ja, fuck it. Nee, hab ich keinen Bock drauf. So, wenn von den ersten 10 Gegnern direkt 8 Special Gegner sind. Nein, das macht auch mit Autoklickern keinen Spaß. Was aber an T4 liegt. T1 bis 3 sind mit Autoklickern okay. T4 wäre auch okay, wenn es keine Shielding Gegner geben würde. Und nein, mit Firestorm geht's auch nicht schneller, hab ich schon probiert. Weil Firestorm den Shielding Gegnern leider keinen Schaden macht. Also exakt gar keinen. Können wir gleich nochmal testen, wenn der nächste auftaucht. Was hoffentlich nicht so bald ist. So, naja, jetzt sieht man halt nix. Das sind halt prinzipiell die mit der lila Kappe. So, hat exakt halt gar keinen Schaden gemacht. German Plankton sounds like he's about to invade Poland. Actually, he pretty much does sound like that. Er klingt echt schon danach. Finde ich ein bisschen gut. Er hat echt voll die Aggro-Stimme. Aber das macht den Charakter irgendwie auch aus. Selbst die englische Stimme ist ja jetzt nicht so seicht, sage ich mal. Ach, ich vergesse den Namen von dem Sprecher immer. Ich will immer Ilja Richter sagen, aber Ilja Richter ist für anders. Santiago Cisma. Der Sprecher ist super, ja, auf jeden Fall. Santiago Cisma ist großartig. Mag den Sprecher sehr gern. Auch wenn er, also auch wenn jetzt in allen anderen Sachen, wo er mitspricht, ich automatisch Spongebob höre, trotzdem ein großartiger Sprecher. Plankton und Sandy haben im japanischen den gleichen Sprecher. Okay, die gleiche Sprecherin. Das erklärt einiges. Einfach nein. Also wenn das so weitergeht, brauchen wir locker sieben Stunden. Der deutsche Sprecher von Plankton ist verstorben, echt? Ich weiß gar nicht, wer das war, ehrlich gesagt. Warte, ich hab's gleich. Thomas Petruo, sagt mir gar nichts. Was hat denn der so gemacht? Ich kann eben das auch mal hier rüberziehen. Ähm, gucken wir doch mal. Ne, da wollte ich nicht hin. Was ist denn die deutsche Synchron-Datei, wenn man sie mal braucht? Äh, nicht Datei, Kartei, Entschuldigung. So. Hat er noch irgendwas gemacht, was ich kenne? Also, ja, okay. Ziemlich viele Side-Characters in Filmen auf jeden Fall. Also auch schon in bekannten Filmen, wie Shape of Water, Der Dunkle Turm, The Purge. Samuel L. Jackson und Jackie Brown, okay. Ist aber auch schon ewig her. Okay. Ja, ist halt schon eine bekannte Stimme, hat aber nicht einen festen Schauspieler, den er halt jedes Mal synchronisiert. Sondern halt super viele verschiedene Sachen. Come on, kann ich hier nicht mal fünf Areas am Stück ohne hängen zu bleiben gehen? Fuck. Ernsthaft. Wenn es so weiter geht, dann endet das 4 Area 1000 noch in einem Table Flip. Aber hey, wir haben über ein Drittel geschafft. In nur zwei Stunden 15. Wie läuft denn der Spawn Speed noch? Hm, das reicht nicht. Das könnte eher reichen. Eine gute Sache. Ich hätte es doch mit Trinkspiel machen sollen, aber ich muss nachher noch Auto fahren. Außerdem ist es halt nicht mal 14 Uhr. Falls wir doch nicht vor 18 Uhr fertig werden, was nicht unwahrscheinlich ist, machen wir denn... Wobei die letzten 50 bis 100 Areas mit Trinkspiel lohnt dann auch nicht. Falls übrigens noch jemand ein Trinkspiel machen möchte, auch nachher vielleicht, also mit dem WOD auf YouTube. Jedes Mal, wenn ich die Area resette. Bei jedem... Ja, quasi. Also nicht direkt bei einem Wipe, aber jedes Mal, wenn ich eine Area zurückgehe und wieder vor. Meine allgemeine Meinung zu den Taskmasters. Ich finde sie ganz gut. Also das Menü-Design gerade vom Shop ist ein bisschen mehr und ich finde es schade, dass man sie nicht auf Spend All Gold packen kann, aber ansonsten finde ich die ganz gut. Was tatsächlich daran liegt, dass sie halt noch schnelleres Item-Pickup machen. Wenn sie das nicht machen würden, wären sie mir, glaube ich, total egal. Kommen noch Sachen außer Klickern für Rubies? Warte, stand das nicht sogar in den... Stand das nicht irgendwo... Entweder stand es... Genau. Expect new items purchasable with Rubies in the future. Also es wird künftig noch weitere Sachen geben, die man mit Rubies kaufen kann, weil man ja auch so viele Rubies kriegt. Der Song könnte halt auch locker irgendwie aus einem Spiel von Donkey Kong... äh... aus einem Donkey Kong-Spiel sein. Alter, reden ist heute auch nicht so meins. Einen Klicker für Challenge-Tokens wäre nett. Also quasi einmalig kaufen. Oder meinst du zeitlich begrenzt dann, dass du den dir so für sieben Tage holst? Wieso wusste ich, dass das der Soon-TM-Screenshot ist? Einen Klicker für Challenge-Fein? Untertitelung des ZDF für pobl hot, 105.000 Schlecht-Ereratungsvertretments in den letzten Jahr. ich glaube ich bin mal zwei minuten afk ihr kriegt so langen sessel tv und könnt wetten abschließen ob die formation in den zwei minuten bleibt oder nicht ich sage ja bis gleich ich bin mal zwei minuten abonniere ich bin mal zwei minuten abonniere ich bin mal zwei minuten Untertitelung des ZDF, 2020 Fantastisch, kein Vibe. Ich bin entzückt. In Area 376 wäre eigentlich typisch gewesen. Meistens ist es immer, also wo ich es gemerkt habe oder wo ich geswitcht habe, war häufig die Area direkt nach dem Boss. Von daher hätte es mich nicht gewundert. Ich finde, sie könnten prinzipiell mehr Ruby-Missions reinpacken. Also jetzt meinetwegen auch Missionen, die irgendwie in den kompletten Tag gehen, dann aber dafür 100 Rubys bringen oder 80 oder so. Das wäre okay. Was auch okay wäre, wäre noch ein Brötchen zu essen. Genau das tue ich jetzt. Ja, ist eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Und dann... Das ist gut. Wir könnten auch die Challenge machen, dass ich für jeden Wipe eine Chilischote esse. Aber dann kann ich mir vermutlich für morgen direkt das Ladekabel von der Switch ins Badezimmer legen. Von daher vielleicht lieber nicht. Aber dann kann ich mir das Ladekabel von der Ladekabel von der Ladekabel von der Ladekabel Ist dann quasi jeder Wipe heute, ist auch ein Wipe morgen, wenn man so möchte. Und dann, wenn man so möchte. beides also hauptsächlich muss ich nachher weg aber ist jetzt auch nichts was mich stört also ich hab's freunden halt versprochen von daher aber das muss ich schon machen haben wirklich aber es hat zumindest ungefähr zehn areas gehalten oder es ist doch ganz okay man lernt bei sowas auch wieder die kleinen dinge zu schätzen das war einfach einfach nein das sausen lassen für ein trinkspiel ist definitiv keine option also wie gesagt wenn wir bis dahin nicht fertig sind können wir danach gern noch ein trinkspiel machen aber ich muss da definitiv mit dem auto hin also ich könnte da auch mit der s-bahn hinfahren aber mit dem auto dauert es halt ungefähr zehn minuten und mit den öffentlichen verkehrsmitteln circa 40 bis 45 minuten von daher ist es halt so nein ja wobei 40 ist vielleicht auch übertrieben aber eine halbe stunde mindestens gesehen davon weiß ich nicht ob heute fußball ist muss gegebenenfalls am stadion vorbei da habe ich halt ja kein bock drauf ich bin auswärts okay das würde sogar gehen ne also wenn dann hätte ich das ganze auch später angefangen ich fange jetzt halt auch nicht um 14 uhr an mich zu betrinken ich bin halt nicht auf dem festival was war denn das letzte trinkspiel eigentlich dass wir gemacht haben war das wirklich zu dem dracula wimmelbild oder hatten wir dazwischen oder danach noch eins bist du denn du darfst das auch so ich darf das auch so aber glaube ich auch irgendwie meiner geistigen gesundheit nicht unbedingt zuträglich dracula von mehr weißt du nicht ich weiß nicht mal mehr von dracula alles das wenn ich mir das let's play angucke ist wie ein komplett neues spiel nein so schlimm ist dann doch nicht aber das ist auch wie sie mal drei jahre her würde ich mal schätzen keine ahnung ich gucke gerade mal nach die erste folge habe ich veröffentlicht ja ist auch eher vier jahre her veröffentlicht ende oktober 2014 also war der stream wahrscheinlich so mitte oktober 2014 ist ein bisschen her gott da war ich noch unter 30 da konnte ich noch trinken beziehungsweise da konnte ich noch trinken ohne am nächsten tag total wasted zu sein ja prinzipiell kann ich das auch aber wenn ich halt mal so richtig hangover bin dann ist es jetzt auf jeden fall übertriebener als vor vier jahren beziehungsweise ich habe einfach länger was von ist übungssache ja aber ich vielleicht vielleicht trinke ich auch einfach nicht mehr so viel wie vor vier jahren auch möglich nicht mehr so viel wie vor Areia 404, Progress not found. Finally. Boah, vielleicht brauche ich doch noch einen Kaffee. Gerade ist es irgendwie ein bisschen... Da fehlt mir ein... Oh, ich habe noch eine Nachricht bekommen. Wann habe ich die nicht bekommen? Hehehe. So, dann kann ich... Gut, damit schreiben müsste man können. So, das ist auch erledigt. Boah, habe ich schon 400 Areas geschafft? Verrückt. Hat sich angefühlt wie 800. Wenn die Shielding Gegner nicht durch wären, äh, äh, nicht drin wären, hätten wir wahrscheinlich schon locker 650 Areas. Würde ich mal schätzen. Wut, wut. Ja, einmal Shielding, zweimal Healing, äh, zweimal Healing, keine Chance. Ich frage mich nach wie vor, wie viel bei Coden im Entertainment über sowas nachvollziehen kann. Also, ob denen überhaupt bewusst ist, dass ein Gegner mit Shielding und zwar mit Healing spawnen kann, in einer Area gleichzeitig und man die Area dann auf keinen Fall schaffen kann. Also, ob da... ... 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 dieses Jahr ziemlich sicher noch nicht. Vergangenes wäre ich mir jetzt auch echt unsicher. Ist billiger als Whisky, kommt auf den Wodka und kommt auf den Whisky drauf an, weil du kannst halt auch Whisky für 6 Euro kaufen. Ob du das möchtest, ist eine andere Sache. Das möchtest du wahrscheinlich genauso wenig wie 4,99 Wodka vom Aldi. Ist leichter zu mixen? Ich weiß nicht, ich finde Whisky und Cola zusammenkippen ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Wobei du Wodka prinzipiell mit mehr Sachen mischen kannst und es schmeckt nach wie vor okay als Whisky. Ja genau. Also es ist gut mit mehr Sachen zu mixen, aber deswegen nicht leichter zu mixen. Du schüttest halt einfach zwei Sachen zusammen. Fertig. Das könnte noch was werden. Yay. Und direkt der nächste Shield-Gegner hinterher, weil es so viel Spaß macht. Hurra! Diese lebensbejahende fröhliche Musik im Hintergrund zu diesem Objective macht mich ein bisschen aggressiv. So, hier wirklich das ganze Objective aktiv davor zu sitzen, ist auch schon so ein bisschen so eine Geduldsprobe, oder? Also wenn du danach noch grundlegend entspannt bist, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Ich habe leider das Dark Theme im Chat und kann den dunkelblauen Namen auf schwarzem Hintergrund gerade leider nicht lesen, aber auch Hallöchen. Und ja, die Taskmaster funktionieren bei mir. Gott, ich habe noch nie in meinem Leben anderthalb bis zwei Flaschen Whisky an einem Abend getrunken. Ich würde schon sterben. So einfach nicht gesund. Also gut, ist es sowieso nicht. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber, ne, ganz ehrlich. Ich bin nach dem Hause gekommen, weiß nur nicht mehr wie. Hm, wundert mich nicht. Ne, es hieß ja, dass das Günstigste im Ruby Shop für 1000 Kosten und insgesamt waren die Kosten ja so sogar auf 31.000 irgendwie gesetzt nach einer Weile. Also, dass man, wenn man alles kaufen wollte, 31.000 braucht. Jetzt sind es sogar nur 21.000, also sind sogar noch 10.000 runtergegangen. Er skillsetko. Er Hispanisch. aberisch. Amen. Hey, wir haben die 40% übrigens geschafft. Hooray. Gott, wir haben nicht mal die Hälfte. Wir haben nicht mal die Hälfte. Nach drei Stunden haben wir nicht mal die Hälfte. Vielleicht ist sieben Stunden doch eher realistisch. Mal gucken, wie viel Zeit wir bei Area 525 verballert haben. Ich frage mich, wofür es vorne überhaupt vier Felder gibt für die Autoclicker. Sie hätten halt eins einfach ein bisschen mehr zentrieren können. Vorne und dann... Also eins irgendwie hier drin und zwei so ein bisschen versetzt dahinter, dass es irgendwie halbwegs symmetrisch ist. Und dann ist es halt gut. Aber vier vorne im Feld hat schon keinen praktischen Nutzen, oder? Also, ja gut, mehr Click-Damage theoretisch, aber... Alter, Super Mario 3D World auf 100% ist einfach richtig hartassi. Du wirst keinen Spaß haben. Zählen die eigentlich für die... TQ? Oh, du meinst die täglichen Quests? Ja, zählen sie. Also halt natürlich nur, solange sie klicken. Wenn du im Freeplay Insta killst, dann nicht. Weil dann klicken sie ja effektiv auch nicht wirklich. Aber so wie hier gerade zählen sie auf jeden Fall. Äh... Ja, das sind jetzt einfach vier Leute, die schilden. Fuck that. Oh Gott, juckt mir ein bisschen das Auge. Die Wii U hat HDMI, ja. Die Wii hat das leider nicht. Ich hätte gern mehr Wii U-Spieler auf der Switch, wenn ich ehrlich bin. Also einfach, weil ich nie eine Wii U gehabt habe. Hätte ich tatsächlich gern... ...Yoshis Woolly World und Kirby and the Epic Yarn auf der Switch. Dann kommt ein Mario- bzw. Super Mario Party eigentlich nächsten Monat, oder? Irgendwann Ende Oktober, glaube ich. 5. Oktober, okay. Ich habe für die Wii sogar einen SCART HDMI Adapter. Also, ich könnte sie sogar an meinen aktuellen Fernseher anschließen, wenn ich wollte. Das ist aber halt auch irgendwie weird. Eine 720er Auflösung auf dem 4K-Fernseher sieht halt einfach nicht toll aus. Also, die Wii hat schon einfach keine tolle Grafik, aber das muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Deswegen floppt ihr die auch. Die Wii ist nicht wirklich gefloppt. Die Wii U ist gefloppt, aber die Wii nicht. Und die Wii U kann doch... Konnte die Wii U nicht in irgendeinem Modus sogar 1080? Ne, die konnte auch nur 720, ne? Hey, Robstone. Hey, Robstone. Wie viele Atems haben eigentlich bei Diablo noch gefehlt am Ende? Oh Gott. Ähm, warte. Oh Mist, steht gar nicht mehr mit bei. Bedauerlich. Das war eigentlich mal mein Diablo-Layout, aber steht der Text nicht mehr mit bei. Ähm... Bild- und Ton-Asynchron sollte er eigentlich nicht sein. Hoffe ich zumindest. Kann natürlich sein, dass Open Broadcaster mit der Webcam wiederum spackt. Ähm... Ach Gott, bei Diablo müssten es irgendwie so... Ich habe ja auch ewig nicht mehr gespielt. Das müssten so um die 90 Items gefehlt... äh... gewesen sein. Trails Might. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte super viele Sachen nicht. Ich habe irgendwo noch eine Liste gehabt. Warte mal, die... Das Spreadsheet müsste eigentlich sogar noch online sein. Lässt sich doch alles nachgucken. Ähm... Habe ich das vielleicht sogar hier? Ähm... Oh Gott. Dieser Textdatei ist einfach zu viel Stuff drin. Aber die Diablo zwar ist auch nicht mehr. Hm. Okay, dann gucken wir woanders nach. Äh... Nämlich... Nämlich... Hier. Hier. Kurz auf Pause gehen. Dann sollte da eigentlich irgendwo... Ich hoffe, das Spreadsheet... Ja, das Spreadsheet existiert sogar noch. So. Oh Gott. Habe ich da gar keine Summe gebildet. Ähm... Ähm... fehlten mir am Ende noch. Vielleicht mache ich da auch irgendwann mal weiter. Mal gucken. Was mich tatsächlich hauptsächlich zur Zeit davon abhält, ist meine Maus. Ich ist einfach super krampfig finde, die Skills über die Tastatur auszuwählen, weil ich mir das zehn Jahre lang über das Mausrad angewöhnt habe. Und das Mausrad bei der Maus hier ist einfach, weil es leise sein soll, so mager gerastert, dass ich halt echt Schwierigkeiten habe, speziell den Skill auszuwählen, den ich haben will. Was halt gerade bei schnellen Magic Find Runs echt ein bisschen nervig ist. Das ist einfach krampfig. Also... Es ist einfach krampfig. Ja, gut. Wobei, oh, es wird sogar noch was. Ich habe fast nicht mehr mit gerechnet. Ich dachte schon, wir wipen, aber nein. Ich habe fast nicht mehr mit gerechnet. Oh Gott, der Song wird auch, glaube ich, den Rest meines Lebens in meinem Kopf feststecken. Ich bin nächstes Jahr wieder auf dem Rockharz, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Tendenziell ja. Hängt aber nicht nur von mir ab. Gucken meine beiden Standardfreunde, mit denen ich da immer hinfahre oder mit denen ich die letzten Jahre immer hingefahren bin, wollen halt nächsten Sommer irgendwie mit ihrem Camper-Neu-Europa-Tour machen. Und dann sind die eventuell nicht beim Rockharz und allein fahre ich, glaube ich, nicht hin. Die Leute, mit denen ich sonst hin und wieder mal aufs Festival fahre, sind eher nicht so die Kandidaten fürs Rockharz, sondern eher für andere Festivals. Zumal mir das Rockharz dafür, dass ich so gut wie keine Bands gucken will, inzwischen fast so teuer ist. Meines Ticket fürs nächste Jahr wird halt auch locker wieder um die 100 Euro kosten und dafür, dass ich mir effektiv wahrscheinlich zwei Bands angucke, die mir dann dazu noch relativ egal sind, ist das halt so, will ich wirklich 100 Euro nur für ein Festival-Camping bezahlen? Weiß ich noch nicht. Die Sache ist so eine richtige Alternative, habe ich im Moment halt auch nicht. Also das Feuertal-Camping ist halt ganz cool. Da würde ich schon tendenziell wieder hinfahren, also solange ich nicht alleine fahre. Aber im Vergleich zum Rockharz natürlich auch sauweit weg. Also von mir aus gesehen zumindest ist es halt so im Vergleich eine Stunde Fahrt zu drei bis vier Stunden Fahrt. Noch rund 50 Areas und wir haben die Hälfte geschafft. Woop, woop. Läuft eigentlich die ESL One New York schon wieder? Ne, ist das heute Abend, ne? Na klar, New York ist ja sechs Stunden zurück. Die spielen garantiert erst. Ja, ab 19 Uhr alles klar. Gibt es Bands, die sich tatsächlich überzeugen würden zum Rockharz zu fahren oder ist das generell eher eine coole Camping-Woche? Also inzwischen ist es tatsächlich eher eine coole Camping-Woche. Ich glaube, so wirklich überzeugen würde mich inzwischen nichts mehr, weil zum einen also ein Großteil der Genres, die auf dem Rockharz vertreten sind, gar nicht so unbedingt mein Fall sind. Und von den Genres, die ich mir gerne anhöre, habe ich die meisten Sachen, die zum Rockharz kommen, einfach inzwischen mehrfach gesehen. Das ist so, ja okay, ich finde die Bands zwar cool, aber wenn du die halt so drei, vier, fünf Mal live gesehen hast, ist das halt so. Dafür fährst du dann eben nicht mehr unbedingt zum Festival. Und die paar Bands, die ich gerne noch sehen würde, weil ich sie noch nie gesehen habe, die spielen definitiv niemals auf dem Rockharz. Also keine Ahnung, so Mindless Self-Indulgence würde ich mir immer gerne live angucken oder wobei nach den letzten drei Alben vielleicht auch nicht mehr unbedingt, aber grundsätzlich hätte ich mal gern Breaking Benjamin live gesehen, als sie noch nicht super poppig waren. Aber die werden halt auch niemals nach Europa kommen, weil der Sänger halt unfassbar Flugangst hat. Von daher müsste ich da wenn schon nach Amerika fliegen, um die zu sehen. Und ansonsten, also es gibt halt ein paar Bands, die, wenn sie beim Rockharz sind, ich mir halt schon angucke, klar. Aber das ist halt auch nur so, die schaue ich mir dann an, weil ich eh da bin und nicht ich bin da, weil ich mir die Bands angucken will. Ich habe dann eher schon so den Anspruch, mindestens einmal am Tag aufs Infield zu gehen. Aber ich habe mir dieses Jahr noch nicht mal die apokalyptischen Reiter angeguckt, wobei ich das eigentlich sogar machen wollte, ich die lange nicht gesehen habe. Aber dann haben wir halt vorher Pizza gemacht, also selber und dann war ich einfach so voll gestopft, dass ich einfach nicht in der Lage war, mich zu bewegen. Also ich war halt echt so, kann nicht aufstehen. Ich habe sie live tatsächlich das letzte Mal vor, keine Ahnung, wann ist Samurai rausgekommen? Ist ein bisschen näher. Das Album ist von 2004. Also ich würde sagen, ich habe sie wahrscheinlich 2005 oder so das letzte Mal live gesehen. 2005, 2006 irgendwie so in den Dreh. diese Area schaffen wir nicht mehr. Schade. Ja, Penny kann definitiv noch was Tolles, solange du ein Human Female Main DPS hast, sprich Chiyo zum Beispiel, weil die nämlich auch nochmal einen richtig dicken Schadensboost bringt und drei gute Legendaries hat. Das ist eigentlich für das Rock, hat es nächstes Jahr schon ungefähr bestätigt. Die sind doch meist mit den ersten zwei, drei Bands immer relativ zügig dabei. Ah. Korpi Klani, Koppelius und Elvenking. Nee. Wollten Koppelius nicht irgendwie lange Zeit irgendwie Bühnenpause machen? Da haben die das nicht vor zwei Jahren angekündigt und dann sind sie trotzdem wieder jedes Jahr auf Festivals. Urstimmt Cradle of Filth dann noch bestätigt. Children of Bootham ist aber auch alles nichts, was mich total vom Hocker haut bislang. Also sind halt große Namen definitiv, aber halt nichts, was mich jetzt, wie gesagt, ist halt einfach nicht so meins. Dragonforce würde ich mir, also höre ich zwar privat nicht wirklich, aber einfach um sie mal live gesehen zu haben, würde ich dann vielleicht da hingehen. Hämatom habe ich tatsächlich mal als Vorband von den apokalyptischen Reitern gesehen, was ewig her ist. Mit Mono Ink werde ich auch einfach auf Dauer nicht warm. Ich habe vergangenes Jahr irgendwann gesehen. Die waren okay live, aber es ist halt so, ja, kann man mal machen. Ich bin glaube ich so aus der Gothic- und Metal-Schiene inzwischen ziemlich raus. Also ein bisschen Metalcore vielleicht noch, aber bin inzwischen wieder mehr auf Ska, Punk und vielleicht noch ein bisschen so Post-Rock, Post-Grunch irgendwie so hängen geblieben. Also Dragonforce können auf jeden Fall unfassbar gut spielen. Keine Frage, also die haben musikalisch richtig viel drauf. Aber ist mir auf Dauer irgendwie ein bisschen, also mir persönlich ist es einfach zu anstrengend, ist auch der, der falsche Begriff irgendwie, weiß nicht. Dragonforces finde ich tatsächlich Musik, die müsste man ja quasi aktiv hören, weil da einfach in den Songs so viel passiert, dass es halt keine Musik, die du dir chillig in den Hintergrund packst irgendwie und nebenbei laufen lässt. Wobei, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber ich höre das Dauer an sich auch einfach gar nicht so viel. Noch 25 Areas bis zur Hälfte. Natürlich sagt mir Powerwolf was. Also schon allein, weil die in den letzten zehn Jahren gefühlt dreimal Headliner auf dem Rockharz waren. Die sind ja in der Szene auch eine relativ große Nummer, definitiv. Ja gut, die Area hätte vielleicht sogar noch klappen können. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, es muss so drei, vier Jahre her gewesen sein. Vielleicht auch schon, ja, vielleicht auch vier bis fünf. War irgendeine Band Headliner beim Rockharz? Und die haben bei jedem Song, also naja, vielleicht nicht bei jedem, aber locker bei 80 Prozent der Songs, mit den krass hellen Scheinwerfern, die du oben am Bühnenrand hast, also mit den hellen Spots, mit denen man eigentlich immer so das Publikum hell erleuchten kann. Mit dem haben sie halt bei fast jedem Song Strobo ins Publikum gemacht. Und ich saß auf dem Campground und habe nur die Bühne im Blickfeld gehabt und das war schon anstrengend. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das im Publikum gewesen ist. Aber ich habe auch keine Ahnung mehr, welche Band das war. Also wenn ich den Namen höre, kann ich sagen, ja, die waren das, aber so aus dem Gedächtnis nicht. Keine Chance mehr. Ach ja, wenn die Area schon mit dem Shielding-Gegner anfängt. Und sobald der Tod ist, kommt der Nächste, das kann nur super werden. Und der Dritte. Wir haben ja Zeit, oder? Hatten ja heute nichts mehr vor, oder so. Ja, wahrscheinlich wird sieben Stunden insgesamt doch realistisch. Schauen wir mal, wo wir bei 525 sind am Ende. Also 2-3 Minuten von der Aufnahme, ach ne, Moment, ich habe gerade die Live-Zeit geguckt, nicht die Aufnahme-Zeit. Ich nehme alles zurück. Ich habe ja zwei Timer laufen, einmal seit wann der Stream läuft und seit wann die Aufnahme läuft. Und bei der Aufnahme muss ich noch so 2-3 Minuten abziehen, bis wir das Objective gestartet haben. Ja, dann könnte es doch unter 7 Stunden was werden. Speedrun incoming. Ja, sie haben für T4 bei dem Objective quasi die nervigen Sachen aus Lost World noch mit reingepackt, weil das Objective nicht so schon scheiße genug war. Ein langer Part, oder? Also wenn ich das gerendert kriege? Vermutlich ja. Werd' da halt keine 7 Folgen draus schneiden. Vielleicht lade ich es auch einfach so hoch und konvertiere es nicht noch um, in der Hoffnung, dass YouTube die Flash-Datei vernünftig verarbeiten kann, nicht rumspackt. Vom Upload oder von der Upload-Größe her ist es mir inzwischen ja fast egal. Also tatsächlich hast du bei Lost World ja glaube ich sogar nur Gegner, die schilden, aber keine, die nebenbei noch heilen. Und wenn du dann sowas hast, wie zwei die heilen und einer, der schildet und der mit Shield halt permanent geheilt wird, und zwar für mehr geheilt wird, als du Schaden machen kannst, ist es halt so. Ja gut. Dann können wir die Area halt auch resetten. Das ist bestimmt genug Leitung, um das zu rendern. Was hat die Leitung mit Rendern? Leistung, okay. Ja, Leistung schon, aber es braucht halt ewig. Abgesehen davon spackt mein Renderprogramm in letzter Zeit ein bisschen rum. Keine Ahnung, wenn das ein 7-Stunden-Video wird oder 6,5 Stunden, dann braucht es halt wahrscheinlich auch locker 5 Stunden zum Rendern. Beziehungsweise es ist ja eigentlich nur zum Format umkonvertieren, dann mehr mache ich da ja gar nicht. Hast du dir jetzt doch einen dritten Autoklicker per Echtgeld gekauft? Sogar beide für Echtgeld. Also wenn ich nur Format konvertieren muss, dann mit Freemake Video Converter. Der lief jahrelang zuverlässig, aber in letzter Zeit, also mehr seitdem ich auf Windows 10 umgestiegen bin, beziehungsweise seitdem ich den neuen Rechner habe, stürzt er gern einfach mal ohne Fehlermeldung mit meinem Rendern ab. Oder er rendert innerhalb von 3 Sekunden fertig, sagt, hey, erfolgreich konvertiert, erfolgreich gerendert und die Datei ist dann halt 5 Kilobyte groß. Was zumindest noch akzeptabel ist, weil das passiert halt direkt am Anfang. So, da siehst du halt wenigstens nach ein paar Sekunden direkt, dass es nicht funktioniert. Aber wenn du halt so 5 Stunden renderst und er nach 3 Stunden at random abbricht, ist halt so, ja toll, danke für nichts. Aber eigentlich müsste YouTube mit dem FLV-Format hinkommen. Von daher sollte das eigentlich gehen. Im Zweifelsfall ziehe ich es mir über Netzwerk auf Laptop, da habe ich noch minus 8 drauflaufen. Ich merke, dass manche Renderprogramme bei dir massiv langsamer sind. Ich war halt einfach irgendwann froh, ein Programm gefunden zu haben, was nicht unfassbar teuer ist. Also kannst halt für Freemake, für die komplette Lizenz und um ohne Wasserzeichen rendern zu können, zahlst du halt einen Dollar. Das ist halt so, okay. Das geht halt klar. Und der Freemake kommt halt mit echt vielen Formaten klar. Also mit richtig, richtig vielen. Und hat halt auch beim Format umwandeln oder beim Formate einlesen, selbst bei Videodateien mit einem beschädigten Header überhaupt keine Probleme, wo halt gefühlt 90% der anderen Programme immer bei irgendwas rumspacken. Von daher war ich damit eigentlich echt sehr lange sehr zufrieden. Und nehme es jetzt halt auch weiterhin, weil es halt auch nicht jedes Mal irgendwie rumspackt, sondern, keine Ahnung, vielleicht so in 10% der Fälle. Und da die Videos meistens ja eh irgendwie relativ kurz sind, ist das auch nicht so das Problem. Premiere habe ich mal eine Weile gehabt, weil mein ehemaliger Mitbewohner von mir das Adobe Abo hatte mit irgendwie allen Programmen und brauchte aber Premiere nicht und hat mir dann da irgendwie für einen Monat seine Lizenz gegeben oder für zwei. Premiere ist halt auch so. Also es kann unfassbar viel. Ist aber auch unfassbar kompliziert. Also allein ein Video da reinzuladen ist unfassbar kompliziert. Zumindest wenn man halt noch nie damit gearbeitet hat, ist das schon so, okay, ich brauche ein Tutorial, um ein Video in die Timeline zu kriegen. Dankeschön. Und stürzt auch, also läuft halt auch nicht so stabil, wie man sich das von einem Programm, was so viel Geld kostet, an sich wünschen würde. Mit Cyberlink-Produkten bin ich durch. Ich habe halt festgestellt, dass eigentlich fast alle, Videobearbeitungsprogramme, die so um die 100 Euro kosten, also die so irgendwo so zwischen 50 und 200 Euro liegen, wie halt auch so Magics und so ein ganzer Kram, wo du halt auch Videostippel machen kannst. Die funktionieren eine Weile halt immer total gut und dann aus dem Nichts passiert halt immer irgendein Scheiß, wie du kannst keine AVOID-Dateien mehr öffnen oder stürzt beim Rendern standardmäßig ab oder Videoübergänge, also Blenden fangen halt an zu laggen oder da gibt es so viele Sachen. Ihr habt da so viel durch und ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass was Videobearbeitung angeht, dass Let's Plays im Punkt, also dass Videobearbeitung bei Let's Plays quasi nicht existent ist. Mehr oder minder. Also er macht ja nicht viel mit. Wenigen Ausnahmen mal. Es sei denn, du möchtest halt kein entspanntes Video, was Leute im Hintergrund gucken machen, sondern musst pro Minute 17 Jump Cuts setzen, mitten im Satz jeweils. Dann musst du natürlich viel Videobearbeitung machen. Immer schön mit Zoom auf die Facecam, blöde Grimassen ziehen dabei. Dann musst du natürlich viel machen. Klar. Habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, okay. Wenn es auf dem Laptop drauf war, also vorinstalliert, dann würde ich es halt auch nehmen. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, weil ich ein Programm brauchte, um Blu-Rays am PC gucken zu können, da hatte ich noch keinen Blu-Ray-Player, sondern nur ein externes Blu-Ray-Laufwerk, habe ich mir irgendwann mal Cyberlink Power DVD geholt. Sagen wir mal so, es ist ein ziemlicher Krampf, das noch zum Laufen zu kriegen, wenn du irgendwann mal eine Lizenz hattest, aber inzwischen vier neuere Versionen von dem Programm rausgekommen sind und du die alte Version nur noch extrem umständlich updaten kannst, du sie aber updaten musst, weil du sonst keine Blu-Rays wiedergeben kannst. Und habe schon Abende damit verbracht, einfach nur Power DVD irgendwie zum Laufen zu kriegen und am Ende einen beschissenen Film gucken zu können, dass ich irgendwann gesagt habe, nein, danke, ich bin mit Cyberlink-Produkten durch. Es ist halt auch so, hey, du hast irgendwann mal für 50 Euro Power DVD gekauft. Wenn du jetzt eine aktuelle Version möchtest, zahl bitte 60 Euro. Und es ist halt so, nein. Ich habe halt einen scheiß funktionierenden Player gekauft, ich möchte den bitte weiter benutzen können. Ich glaube, es hackt. Ist eigentlich mal wieder irgendeine Mission fertig? Oh ja, 49 Sekunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade unfassbar Bock auf Kuchen. So einen richtig geilen Apfelstreuselkuchen. Hätte ich da jetzt Bock drauf. Aber ich habe leider keinen. Hast du heute noch nichts gegessen? Es tut mir leid für dich. Oh, Leber. Nee, danke. Leber ist nicht so meins. Also am Kartoffelbrei würde ich partizipieren, aber bei Leber bin ich raus. Gott, da haben wir ein Thema angesprochen. Mist, jetzt habe ich bei 525 gar nicht auf die Zeit geachtet. Dammit. Weil wir mit Videoschnittprogrammen beschäftigt waren. Leberwurst sind maximal 5% Leber, ja. Und 95% Flaschereiabfälle. Quasi genau wie Currywurst. Ganzt. Und glaube ich. So. Und dann haben wir jetzt aber noch ein paar Mal. Wie homepage bin ich? Dann sage ich mal. Und dann sage ich mich mal immanuel Hammer. Und dann tue ich kurz. Wenn ichedly schreibe. Ich bekomme die Zeit. Und dann sage ich mal. Ich mache das Licht. Und dann sage ich jetzt mal. Ich freue mich nicht. So, wir sind jetzt ungefähr bei 3 Stunden 25. Ja, 30 Areas drüber. Also Pi mal Daumen, 6,5 Stunden sollte hinkommen. Sollte machbar sein. Bärchenwurst. Mit 10% Bärchen. Steht eigentlich irgendwo meine Anzahl an Klicks, die ich gemacht habe? Nee, oder? Ah doch, hier, Total Klicks, 1,2 Millionen. Direkt der erste Statpunkt. Wer schaut schon direkt auf den ersten Statpunkt? Mal gucken, wie viele das noch werden. Hätte ich denn mal vorher drauf achten sollen. Das wird dann nichts mehr, oder? Nein. Natürlich nicht. Ist seit 7.30 Uhr auf den Beinen selber schuld, wenn du irgendwie seit 6,5 Stunden nichts gegessen hast? Äh, seit 7,5. Entschuldigung. Okay. Also ich beiße auch noch mal in mein Brötchen. Musik Tja, Christoph, ich sag's mal so Wenn du schon drei Autoklicker hast Und die Rubies nicht dringend brauchst Würde ich's nicht machen Wenn du noch keine drei Autoklicker hast Ist es nicht schnell Und ich würde's auch nicht machen Wenn du's nur aus Prinzip machen willst Dann ja Hatte ich die Mission nicht irgendwie Gestern Abend erst? Hm Ach nee, es gibt noch eine zweite Mission Die neun Stunden 36 geht, ne? Die irgendwie den Royal und den Angel Tag und so braucht Ich hab noch grad vergessen, wie die hieß Hier fehlen 1500 Rubies für den dritten Autoklicker Hm Also wenn du kannst, würde ich die lieber woanders farmen Wo kriegt man denn bei Essen bestellen, ne Gold Card Oh Gott, Dominos Hilfe Ist so überhaupt nicht mein Fall Ich find die Pizza überhaupt nicht geil Wobei vom Belag her ist das an sich okay, aber ich mag den Teig bei Dominos tatsächlich Ich weiß nicht irgendwie nicht so Bolut Vielen Dank. Für amerikanische Pizza ist der richtig dünn. Der ist selbst für europäische Pizza richtig dünn, der Teig. Für amerikanische Pizza. Für amerikanische Pizza. Für amerikanische Pizza. Wobei... Ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit der Fall war. Hattest du schon länger einen Dominos oder haben die bei dir in der Stadt auch Joey's aufgekauft? Also bei mir ist das jetzt halt das gleiche wie Joey's vorher. Ja. 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 Der Vorteil bei dem Laden ist natürlich, dass sie zumindest hier einen relativ geringen Mindestbestellwert haben und dazu einigermaßen günstig sind. Also ich bin ja für Mario Bros U und Luigi U. Es wird auf jeden Fall nerviger sein als als Paper Mario. Okay, also auch Joey's aufgekauft. Ich weiß nicht, ich stehe bei Pizza eigentlich eher auf ein bisschen dickeren Teig, beziehungsweise wenn dünner Teig, dann eher knusprig. Also vielleicht ist das auch nur bei meinem Joey's hier so, aber der Teig ist immer so feh. Ich habe da immer das Gefühl, der hätte halt noch drei Minuten länger im Ofen bleiben können. Mal abgesehen davon, dass man bei der Salami Pizza wortwörtlich das Fett runtergießen kann. Also du kannst halt wirklich die Pizza schräg halten und das Fett runterkippen. Das ist halt echt ein bisschen räudig. Also. So. 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 Bei dir ist der Tag knusprig? Okay, dann haben wir definitiv verschiedene Joys. Pizza mit Ananas ist nay. In 90% der Fälle ja, aber... Ich habe so ein, zweimal im Jahr den Fall, dass die Formation geworbt wird. Nein, ich habe so ein, zweimal im Jahr einfach... Es ist auch meistens so ein Hangover-Pizza-Bedürfnis. Einfach Bock auf eine Hähnchen-Curry-Pizza mit Ananas halt. Normale Pizza Hawaii bin ich auch kein Fan von, aber irgendwie Hähnchen-Ananas-Curry ist halt ab und an mal ganz okay. Uh, Thunfisch. Nein, danke. Brokkoli auf Pizza kann halt auch geil sein. Definitiv. Aber bei Thunfisch bin ich raus. Ich schreibe, wenn du in München bist, da bin ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Das sind halt locker, keine Ahnung, 600 Kilometer von hier. Aber falls ich mal wieder da bin und mich noch daran erinnere, komme ich gern drauf zurück. Schinken, gehacktes und Meeresfrüchte. Das ist mindestens zwei Sorten Fleisch zu viel. Jawohl, das ist doch eine Pizza, die ich so aufbestellen würde. Schön, Barbecue-Soße, Hähnchenbrust, Zwiebeln, Mais, Paprika. Geil. Vielleicht noch Jalapenos drauf. Aber das ist auch so, ja, da wäre ich eins zu eins dabei. Ich bin da auch sehr exotisch. Schinken. 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 Ja, Jalapenos beim Bringdienst sind halt echt immer so eine Sache. Also bei manchen Bringdiensten sind die super und bei manchen sind die halt einfach nur pappig und eklig und nicht scharf. Ich bin erstaunt, dass noch niemand gesagt hat, den Mais kann man noch essen. Irgendwie fester mitgerechnet. Standard Salami-Pizza geht auf jeden Fall auch klar. Vielleicht noch Peperoni dazu, also frische, aber Standard Salami-Pizza geht auf jeden Fall. Ist der Salami-Slimani geschrieben? Vielen Dank, Salami möchte ich nicht auf Pizza haben. Den möchte ich ehrlich gesagt nirgendwo haben. Wobei, der kann mir bestimmt verraten, wie trotz Junkfood meine Haut geschmeidig und weich bleibt. Ja, nee, ist klar, Büttel. Ja, aber da bist du auch wieder bei Pizza in Italien und die ist in der Regel super. Also, ich war, das ist auch Jahre her, Studienfahrt in der 12. Klasse, glaube ich. Eine Woche oder zehn Tage in Italien, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir halt auch fast jeden Abend irgendwo Pizza gegessen. Also halt nicht immer beim gleichen Laden, sondern halt wirklich gefühlt jeden Tag woanders. Und das war immer super. Verdammt, jetzt kriege ich echt Hunger auf eine Pizza, wenn wir die ganze Zeit über Pizza reden. Dang it. Oder vielleicht doch lieber wieder Kuchen? Ich könnte nachher auf dem Rückweg, wenn ich wieder nach Hause fahre, vom Katzen zitten. Vielleicht einfach irgendwo ein Stück Kuchen abgreifen. Falls da mal was offen hat. Hm. Mit welchem Geschmack? Mit Kuchengeschmack. Alternativ hätte ich aber echt Bock auf einen Streuselapfelkuchen. So richtig. Oh, ich könnte morgen einfach selber welchen backen. Ich habe sogar noch Äpfel da. Müssen wir nur Zutaten für den Teig kaufen. Hm. Ich bock morgen den Kuchen zu backen. Backstream. Nee, ich glaube nicht. Wie gut, dass wir keine Standard-Pies haben. Ich sprach jetzt auch eher von einem Blechkuchen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist mir morgen einfach zu viel Arbeit. Ich muss jetzt halt schon zwei verschiedene Sorten Teig anrühren. Nee. Nee, 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 nee Oh Gott, ich habe echt das Bedürfnis, noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Aber eigentlich nur, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Nicht, weil es nötig wäre. So. Nee, dafür eigentlich nicht. Dafür eigentlich nicht. Aber ich müsste mir gleich nochmal eine neue Flasche Wasser holen. Das ist nicht fast leer. Naja, ich habe den Hubschrauber vorm Fenster. Weiß nicht, ob man ihn hört. Nein, was ich sagen wollte, ist, ich habe meinen Koffeinkonsum über den Sommer ja komplett runtergeschraubt. Also da habe ich halt wirklich zwei Tassen im Monat getrunken oder so. Und habe jetzt, seitdem ich im Kino im Büro bin, echt wieder angefangen, zumindest so eine Tasse am Tag zu trinken. Was auch noch total im Rahmen ist. Aber dann halt wirklich nur, wenn ich merke, so, okay, ich muss mich jetzt irgendwie nochmal konzentrieren, muss jetzt nochmal irgendwie ein Stück weit was schaffen, bin aber gerade irgendwie total abgelenkt. Und dann so, ja, okay, Tasse Kaffee hilft da auf jeden Fall. Ist auf Dauer aber auch keine Lösung. Ja, man hört den Hubschrauber definitiv. Zumindest wenn ich mir den Lautstärkepegel vom Mikro gerade so angeguckt habe. Zwei Healer, ein Shield, natürlich eine Area direkt nach dem Boss. Nein, danke. Macht Mu eigentlich noch seinen 24-Stunden-Stream? Weiß nicht, vorhin war er irgendwie, ah ja doch, ist wieder dabei. Vorhin war er irgendwie kurz offline, aber wahrscheinlich einfach technische Probleme gehabt. Ich finde, es spricht überhaupt nichts gegen Leitungswasser. Also, kommt drauf an. Also, kommt auf die Leitung drauf an und auf prinzipiell den Kalkgehalt des Wassers. Aber grundsätzlich spricht da nichts gegen, glaube ich. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, lieber mit Kohlensäure trinke. Was soll das hier eigentlich sein? Oh, fallende Blätter wegen All Fall Down. Also, okay. 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 Ich finde, bei Wasser mit Kohlensäure kommt auch extrem auf das Wasser drauf an. Also, wie viel Mineralstoffe da drin sind. Also, es gibt halt welche, da sind viele Mineralien drin. Und es gibt welche, da sind wenig Mineralien drin. Und das schmeckt tatsächlich extrem unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel das No-Name-Mineralwasser vom Real total widerlich. Ich kann das nicht trinken. Total eklig. Ist echt nicht meins. Ist halt so, vielen Dank, da kann ich halt auch einen Stein lecken. Schmeckt genauso gut. Das Nestle-Wasser jetzt zum Preis ihrer Seele. Ja, den Laden habe ich je gefressen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Siehst du, so ein Stein in der Flasche schwimmen. So ungefähr schmeckt das. Finde ich. Irgendwie sieht das hier mit den zwei Buttons nicht richtig aus, oder? Es ist einfach so. Also, A, natürlich hat man sich jetzt drei Jahre lang an das andere Layout gewöhnt. Aber es sieht einfach nicht richtig aus. Das ist irgendwie, weil hier überall nur ein Button ist. Es ist einfach, es ist nicht symmetrisch. Es ist einfach nicht richtig. Erstaunlich ist, nur ein Dev und immer noch Beta. Ich weiß ja nicht, was ihr für ein Mineralwasser trinkt, dass erst viel zu viel drin ist und beim nächsten öffnen kaum noch was. Also, bei mir ist da schon gleichbleibend viel drin, wenn man die Flasche vernünftig zuschraubt. Achso, du meinst das von Real. Keine Ahnung. Ich finde es, also die Menge an Kohlensäure ist mir da noch relativ wurscht. Aber vom Geschmack her ist halt so, ne. Gott, ich werde mir Nachrichten zugespampt. Aber wenn du still... Achso, im Moment Klassikwasser ist mit viel Kohlensäure, ne, in der Regel. Ich werde mich zu Gott trifft. Damit � ук Vamos ein paar Mal. Brett, du willst ja überleucht. Und... ... ... ... Apropos Wasser, ich hol mir mal noch eine Flasche. Bis gleich. Bis gleich. Das Lidl-Wasser geht auf jeden Fall auch klar. Das Aldi-Wasser geht auch klar. Dieses Objective hingegen geht nicht klar. Boah, Alter. Ich glaube nicht, dass Saskia heute Berufsschule hat. Schließlich Samstag. Alter, schon wieder Schilder und Healer. Fuck off. Und direkt der nächste Schilder hinterher. Aber hey, wir haben gleich 60 Prozent. Nur noch sechs Areas. Also circa zehn Minuten. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Ja, sieht im Moment ziemlich gut. Nach sechseinhalb Stunden auf. Äh, aus. Ach ja, du mich auch, Feuerpilz. Wenn die Dinger noch im Freeplay spawnen, dann... Also dann schreibe ich Clive wirklich eine Mail. Das war keine nette. Wer konnte damit rechnen? Vielen Dank für den Prime Sub an Tingeltanne. Dankeschön. Das, wo ich hier nichts anderes mache, als mich die ganze Zeit aufzuregen. Ciao, Robster. Dir auch ein schönes Wochenende. Das war doch bei dir. Aber wenn man mich schon länger über YouTube kennt, dann verstehe ich es erst recht nicht. Nein, Quatsch. Vielen Dank. Ich glaube, die Musik ist tatsächlich auch der einzige Grund, warum ich noch nicht total ausgerastet bin bei dem Achievement, weil die einfach so chillig im Hintergrund ist. Abgesehen von dem einen Song, der mich zwischendurch ein bisschen aufregt. Aber das geht halt schon. Schön gechillte Offbeat Gitarre. Im Wirklichkeit, das ist ein Klavier, oder? Das ist total, total Keyboard. Wir brauchen Dutty. Ah, wir spielen ja nicht Click Heroes 2. Warte mal ehrlich, wer spielt schon noch Click Heroes 2? Ich habe es, wann habe ich es das letzte Mal angehabt? Am Dienstag tatsächlich, aber auch nur, weil mich wer im Discord nach meinem Skilltree gefragt hat. Davor, glaube ich, locker eine Woche nicht. Dann brauchen wir Assassin. Machbar. Lief heute zwar garantiert auch schon 20 Mal gefühlt, aber geht auf jeden Fall klar. Was nicht klar geht, sind drei Shielder, vier Shielder und zwei Healer. Das ist einfach nicht machbar. Das machen allein mit dem Chaos. Da kann man sperren nicht. Affwahr. Das macht Elite- boşbetten. Da. Da. Da geht doch zum Beispiel im Rauchen. Da. Da. Ja. Das geht. Ja. Oh, Gott. Da. 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 Warum genau tue ich das eigentlich? Das ist eigentlich gerade nur vor Completeness, oder? Also Hab ich eigentlich noch Eidelbuff? Ah, fast 5 Tage noch. Ne, 4 Tage und 28 Minuten. 4 Tage noch. Alles gut. Dann muss ich mir darum ja noch keine Sorgen machen. In 4 Tagen ist eh schon die nächste Challenge. Für T4 11th Objectives mache ich das. Meinst du, die kommen vor 2020? Ich bin ja schon skeptisch, ob wir dieses Jahr überhaupt noch weitere T3 11s bekommen. 11... 11... Die kommen nach dem BER, ja auf jeden Fall. Aber da kommen dann bestimmt so spannende Objectives wie nur Shielding und Healer Gegner und man darf selbst keine DPS-Crusader verwenden. Das hat es mit den neuen Shop-Crusader in Aufsicht. Die neuen Shop-Crusader sind keine Crusader, sondern Taskmaster und das sind quasi Autoclicker, die du entweder hier vorne in der Formation, also in so einem extra Formationsspot platzieren kannst, oder die du zum Beispiel auf deinen Main-DPS packen kannst, damit er automatisch hochgelevelt wird. Und wenn du vorne in, also in die vorderen Slots bei der Formation mindestens drei Stück reinpackst, hast du Instant-Item-Pickup. Also muss man gleich darauf achten, wie schnell das Gold aufgesammelt wird. Falls ich irgendwann mal wieder Monster töte in diesem Objective, was mit wie vielen Schildern? Zwei? Drei? Jetzt. So. Ist halt echt so ziemlich instant. Teuer, mehr geht. Also der Dritte auf jeden Fall. 15.000 ist schon nicht ohne. Ich bin nicht froh, wenn dieses Objective durch ist. Das habe ich gefühlt schon dreimal gesagt, oder? Und ich meine nicht heute, sondern bei Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Nee, das T5-Thema hatten wir vorhin schon. Ich glaube, dann installiere ich mir wirklich wieder die Mobile-Version, um das halt nicht aktiv machen zu müssen. Wobei, hier würde es halt prinzipiell auch gehen. Es wäre halt langsam, aber solange man nicht aktiv davor sitzt, ist es halt auch okay. Es ist halt irgendwie so alle 20 Minuten mal reinschauen, ob man eventuell gewiped ist und dann wird es in einem Tag auch erledigt. So aktiv davor sitzen und zugucken ist schon eher eine Geduldsprobe. Aktiv zugucken ist auch schön. Ghost Rider, ach was, guten Tag! Und zum Schluss! Irgendwie werde ich gerade so ein bisschen bresig im Kopf, hat aber nach vier Stunden in diesem Objective irgendwie auch nicht weiter verwunderlich ist, glaube ich. Achso. Mal gucken, ob im Lost Idols Subreddit irgendwas Spannendes ist. Hm, nee, nichts Spannendes. Aber wurden die, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie von gestern Abend einen Kommentar von wegen so, die Klicker merken sich gar nicht den Slot, in dem sie waren, beziehungsweise man muss sie jedes Mal neu in die Formation packen. Nachdem ich das Freeplay beendet habe und das Objective hier gestartet habe, waren die, meine ich, wieder drin, ohne dass ich sie selber platzieren musste. Hm. Viert ist sogar auf Chio geblieben. Hm. Vielleicht resetten die nur im Freeplay? Keine Ahnung. Oder es hängt irgendwo anders mit zusammen. Oder sie resetten nur auf Congregate und bleiben auf Steam? Ich weiß es nicht. Okay. Großartig. Fragt jemand, warum man sie halt nicht auf die Knöpfe hier setzen kann, auf die Schaltflächen. Und als Antwort kommt, ja, dafür sind die nicht gedacht. Ich denke so, ach ja. Das ist der einzige, also das wäre einfach was richtig Sinnvolles gewesen. Nee, die sind nicht für was richtig Sinnvolles gedacht. Danke, Erika. Danke. 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 Nur weil es schwierig ist, eine sinnvolle Frequenz zu finden, dann können sie halt gerne schreiben, ja, wir waren uns halt unsicher, wie oft das da klicken sollte. Ist halt nochmal was anderes, als zu sagen, nee, dafür sind die nicht gedacht. Und ja, je mehr Idols man hat, desto seltener muss man da draufklicken. Trotzdem wäre halt, keine Ahnung, alle zwei Minuten zum Beispiel kein Drama. Also, sowohl mit wenig als auch mit vielen Idols. Klar ist es nicht nötig, alle zwei Minuten zu leveln mit zig Millionen Idols, aber macht es halt auch nicht wirklich langsamer. Die spielen ihr eigenes Spiel nicht, die können das nicht einschätzen. Ich würde mehr drüber lachen, wenn ich nicht wüsste, dass es so wahr ist. Es ist halt echt so, die spielen wirklich ihr eigenes Spiel nicht. Also zumindest nicht so. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Beziehungsweise zumindest seitens Erika trifft man da auch irgendwie ganz wenig oder ganz selten auf Verständnis für andere Spielweisen. Das ist also genauso wie, als sie die Challenges eingeführt haben mit dem Hinweis, Ja, wir sind halt nicht davon ausgegangen, dass Spieler jetzt ernsthaft anfangen, die Legendaries umzukraften. Wer würde denn sowas machen? Wo ich mir dachte so, doch, natürlich machst du das, wenn du es halt ernsthaft, also wenn du halt schauen willst, wie weit du jeweils in der Challenge kommst, craftest du natürlich deine Legendaries um, wie es für die Challenge gebraucht wird. Und ja, ich mache es in der Regel auch nicht. Also ich bin da auch zu faul für, aber ich kann halt vollkommen verstehen, dass andere Spieler das machen. Und ich spreche da auch überhaupt nichts gegen. Naja, solange sie jetzt nicht noch anfangen, irgendwie jeden Monat oder alle drei Monate ein komplett neues Idle-Game rauszuhauen. Und dann irgendwann den Support hierfür komplett einzustellen, ist auch alles gut. Und davon sind sie, glaube ich, weit entfernt. Wobei, sie haben zur Zeit nur noch einen Dev an dem Spiel. Okay. Okay. So. Das war's. Ich überlege gerade, ob ich morgen Mittag ins Kino gehe. Ich glaube, alles, was ich sehen will, läuft nur abends. Und morgen Abend will ich leider Football gucken. Okay, die Unglaublichen 2 würde laufen, aber die gucke ich mir definitiv nicht an dem langen Wochenende an. Schon gar nicht am Startwochenende, weil es nämlich einfach unfassbar voll sein wird. Ich nehme gar keinen Bock drauf. Ja, stimmt, am Mittwoch startet ja schon Venom. Und ich habe eigentlich ein bisschen Bock, Werk ohne Auto zu gucken, um ehrlich zu sein. Aber der geht halt über 3 Stunden. So, uff. 189 Minuten ist halt mal eine Ansage. Searching hätte ich auch gerne gesehen. Den hatten wir aber gefühlt nur eine Woche im Programm und der ist jetzt schon wieder raus. Die ist halt echt nicht zugekommen. Also ich glaube, da wird Story-Technisch jetzt gar nicht wahnsinnig herausragend, aber das ist halt so wie damals... Äh... Wie hieß er denn? Dings Unknown User hieß er, glaube ich. Wo... Die komplette Kameraarbeit quasi Screen Capture ist. Das ist bei Searching ja, soweit ich es gesehen habe, ähnlich. Das kann man so hin und wieder mal machen. Einfach weil es... Rein optisch oder rein... Rein technisch eine interessante Sache ist. Also, dass es tatsächlich so funktionieren kann. Wobei er Story-Technisch auch zumindest einen interessanteren Ansatz hat als Unknown User. Oder ob sie was draus machen, ist eine andere Sache. Ich überlege gerade. Müsste nochmal ganz kurz AFK. Ich überlege, ob ich das Spiel laufen lasse oder ob ich das Pausentelefon reinhaue. Ich weiß nur nicht, wie laut das Pausentelefon ist. Kann sein, dass es super laut wird. Aber ich bin ein bisschen versucht. So für drei, vier Minuten. Macht sich bestimmt auch in der Aufnahme super. Ich werde es nicht rausschneiden. Definitiv nicht. Ja, wir machen das gleich mal. Jetzt für die Zeit den vierten Taskmaster auf Autoprogress. Gute Idee. So, bevor wir mit dem Song weitermachen, bin ich mal so... Ja, keine Ahnung. Also, ich bin kurz im Bad und mache mir anschließend einen neuen Kaffee. Vielleicht mache ich auch beides gleichzeitig. Schauen wir mal. Bis gleich. Und Achtung, ich weiß nicht, wie laut es ist. Es könnte laut sein. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. 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 Bitte bleiben Sie am Apparat. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. Sie werden verbunden. bin ich wieder da. Hier hin. So. Kaffee läuft noch durch, aber das geht ja relativ zügig. Und Rio ist zurück. Unglaublich. Ja, hat eben gerade einen kleinen Augenblick länger gedauert. Ich musste noch ein neues Paket Kaffee aufmachen. Das war so nicht eingeplant. 40 Euro mehr in der Tasche? Wow, längster Blowjob ever. Wie lange warst du weg? Drei Stunden? Vier. Okay. Also ist prinzipiell okay. Ich habe in der Zeit 5 Euro brutto gemacht. Somit 40 Euro auf jeden Fall weiter als ich. Zumal du die vermutlich nicht versteuern wirst. So, was macht denn der Kaffee? Solange es nicht rotscher ist, huah, widerlich. Sachen, über die ich bitte nicht nachdenken möchte. Mach mir den Rettich fettig, Baby. Widerlich. Oh, natürlich wipen wir ihn. Aber dafür haben wir ja den Autoklicker auf dem Auto Progress. Das muss ich wirklich nichts mehr machen. Selbstverständlich werde ich die versteuern. 40 Euro ist netto. Natürlich. Ach was. Jetzt ernsthaft? Okay. Ich bin einfach nicht davon ausgegangen. So auf einen Samstagnachmittag irgendwo vier Stunden aushelfen klingt einfach massiv nach Schwarzarbeit. Also was heißt Schwarzarbeit? Es klingt halt einfach so nach unter der Hand jemandem Gefallen tun und dafür halt irgendwie ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen, weil man irgendwo beim, keine Ahnung, Scheißverladen mitgeholfen hat oder so. Bei um drei Ecken bekannten. Nach sowas klingt es. Aber okay. Würdest du niemals machen? Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Wir gehen stark auf die 70% zu. Auf die 70% vom Objective, meine ich. 25 Areas noch. Wenn wir 70% haben, haben wir schon fast drei Viertel. Und ja, das sind die traurigen Gedanken, an denen ich mich gerade hochziehen muss. Ja, das muss bis 1050. Deswegen ist 735, ja doch, 735, 70%. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe. Genau, und wenn ich drei Viertel habe, sind es schon fast 80. Voll gut. Vorher wipen wir aber noch mal. Because fuck that objective. Aber es ist okay. Ich bin auch häufig genug neben der Spur. Aber ich verrate jetzt mal was. Also 3x3 ist 7. Ich weiß, das checkst du nicht. Aber... Du bist wie ein Sohn für mich. Aber glaub mal nicht, dass du meinen Bart kraulen kannst. Alter. Warum habe ich genau damit wieder angefangen? Das passt ja gerade einfach so gut. Darfst du jetzt nur nicht eskalieren lassen. Ich puste dich lieber ein bisschen in meinen Kaffee. Ich hoffe, dass er irgendwann Trinktemperatur bekommt. Zwischen 3 Viertel und 4 Fünftel liegen aber immer noch unendlich viele Zahlen. Ja, aber nicht unendlich viele Areas. Dankenswerterweise. Sonst würde ich mir nämlich hingebungsvoll in den Fuß schießen. Guten Tag. Ich... Diese dunkelblauen Namen auf dem dunkelgrauen Hintergrund. Guten Tag, Mr. Surprise. Nein, ich würde mir nicht unendlich oft in den Fuß schießen. Das kann ich mir nämlich nicht leisten. Mit Wonner und voller Freude? Ja, möglich. Jetzt kann ich es auf jeden Fall besser lesen. Jetzt kann man es natürlich im Video auf dem grünen Hintergrund gerade schlechter sehen. Aber... Man kann es aber halt auch einfach nicht allen recht machen mit der Schriftfarbe. Ich habe ja prinzipiell auch so ein ekliges Grün. Wenn du einen hellen Hintergrund, also so einen irgendwie fast weißen Hintergrund hast, kannst du meinen Namen da wahrscheinlich auch scheiße lesen. Weil im Bogen kannst du die Munition recyceln. Na, stimmt. Die Katze sieht süß aus beim Klicken. Na, weiß nicht. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass ihr Arm, mit dem sie nicht klickt, viel trainierter ist. Just saying. Wie war das doch? Die eine Hand klickt, die andere... ...strickt? War es das? Scheiße. Aus welchem... War das ein Clicker Heroes Folgentitel? Bei irgendeinem Let's Play ist das ein Folgentitel. Ich weiß nur nicht mehr, bei welchem. Wahrscheinlich Clicker Heroes. Das lässt sich rausfinden. Dafür gibt es doch locker eine Suchfunktion. Es geht nicht anders. Nee, eigentlich nicht. Schön ist auch gerade, dass vor einer Stunde die Hausflipper-Folge online gegangen ist, mit dem schönen Titel Hier macht jeder Raum betroffen. Ah, schön. Genau, die Figürchen sind die Autoklicker. Gott, guckst du nicht seit irgendwie gefühlten zwei Stunden zu? Ich dachte, das wäre mittlerweile klar. Nein. Nein, in Wirklichkeit ist es der Playlist-Untertitel, Zweittitel von meiner Let's Play, äh, Let's Flash-Playlist von den Mouse-Only-Spielen. Dang it. Der Mouse-Only-May. Wo ich halt jeden Tag ein Spiel vorgestellt habe, also halt ein Flash-Game vorgestellt habe, was man halt nur mit der Maus spielen kann. Wo man halt eine Hand frei hat. Deswegen, die eine Hand klickt, die andere strickt. Da sind voll gute Spiele mit bei. Zum Beispiel Mushroom Madness 3. Aber Moment, das ist nicht das Tower Defense, was ich dachte, ne? Ne, das ist aber trotzdem... Ne, das ist ein anderes, aber trotzdem ganz nett. Oder Sushi Cat. Bloons. Gott, da habe ich Tyrant vorgestellt. Unglaublich. Uh, und Tentacle Wars. Tentacle Wars war cool. Entschuldigung, aber bei dem Satz, Gott, ich brauche Kohlenhydrate, hatte ich irgendwie direkt im Satz, äh, im Kopf. Kein Wunder, dass du die letzten vier Stunden ja auch nur Eiweiß bekommst. 47,60, ja? Da kannst du dir auf jeden Fall ein Dürum von leisten. Entschuldigung. Ja. Würdest du mir Crusaders of the Lost Idols empfehlen, statt momentan Clicker Heroes 2? Ich würde dir im Moment sogar, keine Ahnung, Crush Crush empfehlen, statt Clicker Heroes 2. Was ist das, Crush Crush? Du willst es nicht wissen. Du willst es nicht wissen. Was ich sagen wollte, ist, ich würde dir im Moment jedes schäbige, trashige Clicker Game empfehlen, statt Clicker Heroes 2. Ich von Clicker Heroes 2 gerade echt angefressen bin. Sakura Clicker, ja, so ungefähr. Nein, aber ich würde dir auf jeden Fall, also, vollkommen unabhängig von Clicker Heroes 2, was heißt unabhängig davon, aber, ist Crusaders nach wie vor, meiner Meinung nach, das Idol Game mit der besten Langzeitmotivation. Ich meine, kein anderes Idol Game habe ich drei Jahre am Stück fast jeden Tag gespielt. Ja, an dem Punkt, wo Bürtel gerade ist, musst du aber auch erst mal hinkommen. Das dauert halt schon mindestens ein Jahr. Und dann musst du halt echt viel spielen und nachts einen Autoklicker laufen lassen, wenn du das in einem Jahr schaffen willst. Also, von daher, der muss 10 bis 20 Tage spielen für ein Level, 10K Training. Ist bei mir nicht anders. Ich brauche auch irgendwie 41 Millionen fürs nächste Level. Also, gut, da brauche ich noch keine 10 Tage für, aber eine Woche auf jeden Fall. Kleiner Tipp, wenn du mit Crusaders anfängst, du kannst auf Congregate, falls dir die Seite was sagen sollte, falls sie dir nichts sagt, das ist so eine Flash-Game-Spiele-Seite, du kannst da resetten, quasi. Da kriegst du, wenn du dir einen kurzen Werbespot anguckst, 25% Bonus von einer Prestigewährung. Da gibt es sogar ein extra Plugin für den Browser, womit man die Werbung skippen kann. Das ist am Anfang auf jeden Fall hilfreich, um schneller vorwärts zu kommen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dich für den Newsletter anzumelden. Da kommen nämlich in der Tat nicht wirklich News rein, aber zu jedem Weekend-Event, also jedes Wochenende, kriegst du eine kostenlose Kiste mit Equipment für deine Crusader. Was am Anfang echt eine ganz nette Hilfe ist. Und es kommt halt echt nur einmal am Wochenende eine Mail. Spielst du über Congregate oder Steam? Tatsächlich beides. Also man kann die Accounts miteinander verknüpfen. Da ist Congregate quasi so die Schnittstelle, aber man kann, wie gesagt, das verknüpfen, dass man beliebig hin- und herwechseln kann. Also ich spiele hauptsächlich auf Congregate, aber zum Streamen und zum Aufnehmen immer auf Steam, weil das einfacher zum Screen Capture ist oder zum Window Capturen. Alter, 88 Millionen für... Bist du dann schon Level 70 bei 10K Training? Irgendwie so um den Dreh, ne? Level 69, 70, 71, irgendwie so. Ich kann es auch einfach selber nachgucken. Wenn die Fanside irgendwann mal lädt. Ähm... Genau, Level 70 kostet... Also von 69 auf 70 kostet 88,6 Millionen. Von 70 auf 71 kostet dann schon 97,3 Millionen. Holy shit. Und doch glaub mir, er sollte upgraden. Wenn ich dir zuschauen will, muss ich jetzt über Steam spielen, sonst stoppt immer der Stream. Okay. Hm. Also tatsächlich kann es sein, wenn man das Spiel startet, dass Streams kurz laggen. Habe ich tatsächlich auch, weil es am Anfang einfach sich denkt so, hey, ich nehme die ganze Leitung und lade alles auf einmal. Das gibt sich aber eigentlich nach so 10, 20 Sekunden. Bei mir zumindest. Uh, wir haben übrigens die 70% vom Objective geschafft. Wuhu. Dann kommst du mit G-Rates bis 2010. Nice. Ach so. Liegt an den Tabs. Okay. Hm. Echt, läuft Stream nicht im Hintergrund weiter? Ja, ist wahrscheinlich einfach eine Sache, eine Einstellung. Und nicht jeder hat den Luxus von mehreren Monitoren. Das vergesse ich immer. Das ist irgendwie, wenn man einmal damit angefangen hat, mehrere Monitore zu haben, ist das halt so. Ja, zieht doch einfach das Tab auf einen anderen Monitor. Aber man vergisst als Streamer häufig, dass Multi-Monitor-Setup kein Standard ist. Bei Windows 10 teilweise eine Qual. Geht eigentlich. Also das einzige Problem, was ich mit Windows 10 und Multi-Monitor-Setup habe, ist wirklich, dass Silverlight halt das ganze System zum Ruckeln bringt. Das heißt, ich kann am PC weder Netflix noch Prime gucken, muss das halt direkt über den Fernseh-Stream wendern. Weswegen ich auch meinen Netflix-Account gekündigt habe. Habe ich aber lustigerweise wirklich nur bei Silverlight-Content. Also YouTube, Twitch, sonstige Sachen, Fullscreen, kein Thema. Bei mir ist es dann aber tatsächlich sogar systemweit, also nicht spielebezogen. Aber über dein Problem hier bin ich auch beim Suchen nach einer Lösung für mein Problem gestolpert. Also das ist wohl auch. Trifft häufig zu. Also ich habe Firefox laufen und da kann ich halt auch theoretisch zwei Twitch-Streams und Crusaders im gleichen Browserfenster in drei verschiedenen Tabs gleichzeitig laufen haben. Kein Thema. Also an Firefox sollte es eigentlich nicht liegen. Eigentlich. Ich frage mich auch, also da das ja, also sowohl dein Problem, Tamino, als auch mein Problem, ja nicht standardmäßig bei jedem Windows 10 ist, sondern halt nur hier, also schon häufiger auftritt, aber auch jetzt nicht super häufig, muss das ja eigentlich mit irgendeiner speziellen Hardware-Kombination zusammenliegen. Also es kann ja nicht nur an Windows 10 alleine liegen. Weil dann wird es ja standardmäßig passieren. Das muss halt noch mit irgendeiner Hardware in Kombination sein eigentlich. Aber ich habe halt auch keine Lust, nach und nach meine ganze Hardware zu tauschen, um zu gucken, ob es was bringt. Zumal der Rechner erst ein halbes Jahr alt ist. Es kann auch sein, dass Silverlight nicht richtig installiert wurde. Ja, nachdem ich Silverlight X mal deinstalliert und wieder installiert und geupdatet und gesonst was habe, würde ich mal vermuten, dass es nicht an der Installation von Silverlight liegt. Das ist das Erste, was ich probiert habe. Könnte auch eine Treibergeschichte sein, was die Grafikkarte angeht. Ja, da habe ich auch gedacht. Eine GeForce 1070 habe ich tatsächlich auch. Allerdings kein i5. Ich habe ein AMD. Ich habe aber tatsächlich auch, also es kann tatsächlich an der 1070 liegen. Ich habe allerdings locker zwei Stunden mit dem Support von Nvidia im Chat gehangen und irgendwie zig Sachen ausprobiert, bis die irgendwann gesagt haben, also es kann eigentlich nicht an der Grafikkarte liegen, was ich dann irgendwie auch so gesehen habe. Lustigerweise tritt das Problem halt auch nur auf, wenn mehrere Monitore angeschlossen sind. Also sobald nur ein Monitor angeschlossen ist, ist alles gut. Was auch schon wieder gegen ein Softwareproblem spricht irgendwie. Also vielleicht ist es doch die 1070. Möglich. Aber da es bei mir tatsächlich ja nur Silverlight Content betrifft, kann ich damit halt leben. Der Rechner ist vier Jahre alt, aber schlechter Prozessor. Muss wohl bald wieder Mainboard und Prozessor tauschen. Mein alter Rechner davor war bald acht Jahre alt und lief noch akzeptabel. Ja, ich hatte auf meinem Rechner davor halt kein Windows 10. Aber da hatte ich das Problem halt auch nicht. Mit Windows 7 lief halt alles butterweich. In der Hinsicht. Ich weiß gar nicht, was ich vorher drin hatte. Ich glaube eine 760er. Möglich. Die Grafikkarte hatte ich zwischendurch mal ausgetauscht. Also da war nicht von Anfang an eine 760er drin. Mainboard und Prozessor kommen. Wenn sie mal Meltdown und Spectre fixen. Oh, da hast du glaube ich noch ein bisschen warten müssen. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema, aber soweit wie ich es verstanden habe, ist das halt nichts, was man mal eben fixen könnte. Zumindest eins von beiden nicht, weil da halt die ganze Standard-Threading-Architektur umgebaut werden müsste. Aber ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, da bin ich nicht so sehr im Thema. Bevor ich hier jetzt irgendeinen Unfug erzähle, trinke ich lieber noch einen Kaffee. Da weiß ich wenigstens, was ich tue. Na ja, so wie ich das verstanden habe, ist das halt nicht in dem Sinne ein stumpfer Hardware-Fehler, sondern das Problem ist halt die grundlegende Hardware-Architektur und die halt seit Jahrzehnten letztendlich so gemacht wird. Und die stellst du halt nicht mal eben um. Wie kann ich auf der, äh, was? Achso, wie kannst du Congregate mit Steam verbinden? Ähm, prinzipiell hast du in den Optionen, ähm, warte, wo ist es hier? Linked Accounts. Ähm, da kannst du draufgehen, da kriegst du eine ID angezeigt und da steht es auch weiter mit bei. Alternativ habe ich auch ein kurzes Tutorial-Video dazu. Warte, ähm, wenn du, äh, falsche Playlist. Ist es denn jetzt? Hier wollte ich hin. Äh, rater, rater, rater. Hier. So, ich poste den Link mal eben mit dem Channel. Ähm, geht, keine Ahnung, sieben Minuten oder so. Da ist einmal ausführlich erklärt, wie man die Accounts miteinander verknüpft. Äh, rater, 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 rater. Gott, wo ich gerade kurz auf der Nintendo-Seite bin, fällt mir auf, ich muss dringend mal Captain Toad Treasure Tracker weiterspielen. Habe ich irgendwie angefangen, den ersten 10. Level gespielt, hatte echt Spaß dran und dann habe ich es irgendwie völlig verdrängt. Ach was, das Yoshi-Spiel hat endlich einen Titel. Verrückte Sache. Hatte das in der Direct neulich schon einen Titel? Hm. Hast du jetzt auf jeden Fall Yoshi's Crafted World? Oh, ich hätte auch ein bisschen Bock, mal wieder Yoshi's Island zu spielen. Auf dem Emulator. schon geil. Ja, falscher Button. Aber dann bitte 100%? Oh, weiß ich nicht. 100% dauert voll ewig. Also Blumen und Sterne geht ja noch, aber die ganzen roten Münzen? Brr. Äh, wirklich. Äh, wirklich. Nope, das wird nichts. Na, der Misser hier hat ja auch richtig... Achso, ja doch, jetzt haben sie doch mal entschieden, dass Autoprogress doch anders und wir mal wieder in der Area Forwards gehen. Sehr schön. Wollte mich gerade beschweren, dass es nicht funktioniert. Brauchen wir Milgrid für dieses Objective? Vermutlich nicht. Also die Frage ist, schick ich sie jetzt noch zweieinhalb Stunden weg oder nicht? Aber die Antwort ist ja. Piet auch. Bye. Bye. Hast du gebraucht? Ist aber eine ganze Weile her. Okay. Tja, dann habe ich im Zweifelsfall Pech. Ich meine, ich kann im Moment auf jeden Fall im Zweifelsfall noch Chiyo nach ganz hinten packen. Das sollte auch erstmal einen ganz guten Schadensboost bringen. Und es sind halt nicht mal mehr 300 Areas. Von daher, solange ich nicht Probleme mit Gold kriege, heißt Arian Ready Player Two ist knapp 1400 oder so. Das müsste eigentlich passen. Achso, du hast das vor Tier 5 auch gemacht. Ja, okay. Dann sollte das... Ja gut, da hat es ja auch ein Max Crusader Level von 8000. Ja, dann sollte das wohl passen. Du brauchst eh 250. Naja, ich bin jetzt schon bei 211. Also es sollte halt echt nicht sein, beziehungsweise mehr, wenn die vordere Reihe der Crusader mal nicht verreckt. Das sollte eigentlich machbar sein. Ah ja, ich habe es ja schon verstanden. Wir machen die Area nochmal. Eigentlich mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es sollte aber eigentlich ganz gut gehen Also wirklich im Zweifelsfall mit Shio rein Sollte das kein Ding sein Auch ohne Milgrid Nehme ich im Zweifelsfall Terps raus Im Zweifelsfall Terps raus Dann geht das Wobei, ich kann auch einfach den Buschwecker rausnehmen Nicht, dass der irgendwas Sinnvolles machen würde zur Zeit Was ist auf der Recommendation Seite mit Post L gemeint? Und heißt nachdem Legendary ist eingeführt Also es heißt einfach Post Legendary Heißt einfach nachdem das Crafting eingeführt wurde Weil das Crafting ja die Idol Requirements deutlich nach unten geschraubt hat Ein paar Recommendations sind halt auch noch so Ja, da brauchst du halt mindestens eine Million Idols für Das war aber halt bevor es Crafting gab Und inzwischen brauchst du dafür halt vielleicht noch 200.000 oder so Das war aber auch noch so Alter, wie kann ich nach zwei Tassen Kaffee immer noch gernen? Vielleicht ist es einfach Sauerstoffmangel hier im Raum Ach, ich habe ja gestern Abend eigentlich locker zwei Stunden durchgelüftet So viel Sauerstoff kann ich nicht weggeatmet haben Und ich habe sogar Pflanzen hier Eigentlich müsste ich bald mal auf durchschnittlich 1000 EP auf den Crusadern sein Im Moment bin ich so bei 950, 960 Wahrscheinlich 960 eher Also nicht, dass das irgendwie was bringen würde, aber Man hat ja sonst nichts zu tun Ich bin übrigens höchst erstaunt, dass sie die Taskmaster auf den Freitag reingepatcht haben Also ich meine, sie funktionieren soweit Von daher alles schön Aber Wir haben es auch häufig genug mit Patches am Freitag gehabt, die da nicht liefen Wie sie eigentlich sollten Okay, ich hab jetzt mal schauen, warum ich übercession bin Ich bin gespannt, warum ich nun in der 있을 Sache bin Wie sie schauen, wie ich ganz sicher bin Ich bin gespannt, warum ich hier bin Und ich bin gespannt, warum ich hier bin Und ich bin gespannt, warum ich sage, wenn ich hier bin Ich bin gespannt, warum ich bin Verrückt. Der Shortcut ist super wichtig. Den ist uns genauso wichtig wie die Taste G. Ganz ehrlich, eigentlich kann ich den Knispel da oben aber wieder runternehmen. Wenn ich nicht AFK bin, kann ich Autoprogress auch selber wieder anmachen. Oh, sind das zwei Healer? Ja, alles klar. Oh Gott, ich bin froh, dass wir kein Trinkspiel mit Innenhädchen-Wipes gemacht haben. Das wäre nicht gut geendet. Echt jetzt... Oh, da sind doch schon wieder zwei Healer. Was soll denn der Scheiß? Yay, finally. Das ist halt echt so super unnötig. Das ist halt auch einfach schlechtes Design, by default. Es ist halt nicht schwierig. Du musst halt nicht irgendwas Besonderes können, um dann da weiterzukommen, sondern es ist einfach scheiße programmiert. Punkt. Brauchst halt einfach Glück, beziehungsweise wenn du Pech hast, schaffst du die Area halt nicht. Egal, was du machst. Aber es ist ja auch nicht das erste Objective, bei dem das so ist, von daher... Was rege ich mich eigentlich auf? Ich weiß es doch eigentlich besser. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ich bei dem Wetter Ende September den ganzen Nachmittag dieses spannende Spiel gespielt habe. Das sind doch schon wieder zwei Healer, oder? Ich habe leider auch keine Ahnung, wie viele Hitpoints der Shield-Gegner noch hat. Man erkennt einfach einen Scheiß. Seit fünf Stunden, wie halte ich das aus? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Chat trägt ja einen großen Teil mit bei. Beziehungsweise sonst hätte ich es halt auch einfach nicht aktiv gespielt. Gespielt, also ich würde halt sonst nicht aktiv davor sitzen. Dann sagen wir bitte, dass das nicht schon wieder zwei Healer sind. Ne, ist nur einer, okay. Ich glaube, die Unterhaltung mit dem Chat und ein klein bisschen der Kaffee machen das erträglich. Eine Stunde, Area 115. Wupp, wupp, über 10% geschafft. Ist aber in der Tat nicht viel. 115 in der Stunde? Das läuft eher so auf acht bis neun Stunden raus. Vielleicht bringen... Achso, hast du... Können natürlich echt die... Weiß nicht, hast du schon drei Autoklicker? Ich war mir unsicher. Ne, du hast nur zwei, ne? Dann macht das vielleicht wirklich den Unterschied. Na, okay. Ja, danke und das baut der zweite Healer dazu. Dann lassen wir das Ganze doch. Ich bin heute Abend aber lange auf Karte. Lass es dann mit dem Autoklicker, der klickt. Autoprogress, oder ja. Ja, lässt er halt einfach laufen. Wird schon einigermaßen gehen. Also setzt halt einen Klicker auf Autoprogress, einen auf, keine Ahnung, Mindy oder so. Oder wer auch immer bei dir dann am meisten Schaden macht zu dem Zeitpunkt. Und dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Tier 3 ist jetzt quasi wie ein Freeplay. Nur Tier 4 ist nervig. Stimmt, du brauchst schon einen, der die Pokémon klickt. Hm, da hilft nur Echtgeld ausgeben. Oder du packst alternativ Biff rein. Der konnte, glaube ich, mit seiner geworfenen Karotte auch die Pokémon-Dinger treffen, statt zu klicken. Glaube, das ging. Ja, also wenn man es komplett AFK machen will, braucht man auf jeden Fall drei Autoklicker. Also, ja schon. Weil sonst walls doch einfach, weil dir der Schaden fehlt. Zwangsläufig. Aber ja, gerade am Anfang so 100 bis 200 Areas sind da definitiv drin, würde ich auch sagen. Nach 240 Areas. Woop, woop. Man kann einstellen, dass er automatisch zum nächsten Level geht. Dazu musst du aber einen Reset gemacht haben. Also du musst halt einen Run beendet haben, dann wird das aktiviert. Also dann wird das freigeschaltet, soweit ich weiß. Beziehungsweise, ja doch, beim ersten Reset. Hast du hier oben dann so eine Schaltfläche für Autoprogress. Ich weiß gar nicht, warum sich das mal durchgesetzt hat. Das machen erstaunlich viele Spiele, dass der Autoprogress erst irgendwie nach einem Reset eingeschaltet wird. War bei Clicker Heroes ja auch so. Ist eigentlich total bescheuert. Also das ist halt so eine Designentscheidung, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Hey, neue Spieler finden es bestimmt total super, wenn wir ihnen den Einstieg ins Spiel erstmal unkomfortabel machen. Obwohl die Funktion im Spiel vorhanden ist. Also das ist halt so, wenn wir ihnen die Funktion im Spiel vorhanden sind. Das sind 80%, 840, ne? Ja. Gott. Fahrstuhlmusik. Ich kann keinem wieder das Wartetelefon reinhauen. Hm, ich frage mich... Hab ich das irgendwo? Nee, ist das falsche Hörspiel? Die Hintergrundmusik hier ist auf jeden Fall chillig gerade, ja. Die eigentliche Hintergrundmusik vom Spiel ist nicht so entspannt. Also die ist okay, die geht ihm aber nach spätestens 10 Minuten total auf den Sack. Ähm... Steht da sind keine Folgentitel mit bei? Dang it. Boah, Mensch, noch immer bei diesem bescheidenen Objective und dabei dachte ich, du hattest schon vor drei Stunden keine Lust mehr. Da liegst du vollkommen richtig. Ich hatte schon vor drei Stunden keine Lust mehr. Aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Beim ersten Run, ähm, ist es ein bisschen von Itemglück abhängig, aber so bis Area 70 bis 80 ungefähr. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist bei mir aber schon drei Jahre her, ich mag mich täuschen. Shit, hatten wir da echt keine Folgentitel? Dang it. Ja, dann... Okay. Dann kann ich auch lange suchen. Den ersten direkt bis 100? Echt, der musste aber echt eine Weile geeidelt haben. Oder viel Glück mit Items aus Kisten gehabt haben. Also normalerweise geht man nicht mal im zweiten oder dritten Run bis 100, weil es einfach zu lange dauert. Dafür gibt's die Jetzt habe ich mir während des Streams drei Brötchen reingezogen und ich habe trotzdem wieder Hunger. Unglaublich. Naja, sind ja nur noch circa anderthalb Stunden oder so, bis wir das hier durch haben. Vielleicht. Warum? Wahrscheinlich brauche ich am Ende wirklich noch Milgrid und komme dann erstmal nicht weiter. Ja. 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 Das kann immer noch super nervig werden, aber Rollercoaster war ein bisschen nervig, weil es zwischendurch einfach komplett keinen Schaden hatte. Ich glaube, Carousel war relativ schwer, oder? Tier 3 war nicht ohne, definitiv. Aber nicht unbedingt nervig, sondern einfach nur, also das war wirklich anspruchsvoll. Lockrite hatte Disabled Formation Abilities. Damit kann man jetzt aber halbwegs leben dank den Autoklickern. Ferris Wheel war, glaube ich, okay. Ferris Wheel war machbar. Krass, du bist gleich schon bei 70. Ach, stimmt. Wir haben einen Weekend-Buff, ne? Aha. Na gut, sind jetzt aber auch nicht die besten zwei Original-Crusader, die da mit getroffen werden, aber nun ja. Besser als nix. Ähm. Hier waren wir stehen geblieben. Ach, du hattest schon mal gespielt, okay. House of Horrors war, ja, ging so, glaube ich. Ein bisschen nervig. Malt by Maskets habe ich immer gedacht, das wird super anstrengend. Das war aber prinzipiell total okay. Und Couples Day war, glaube ich, auch eher unproblematisch. Also es ist auf jeden Fall kein Video Game of Thrones T4, kein, wobei Fox ging sogar, und kein Pokémon GO T4 mit dabei. Wobei, mal gucken, was sie halt mit T4 reinbringen. Aber zumindest die Tier 3 Objectives waren okayisch. Auf jeden Fall nicht so komplett luck-based wie der Grützkram hier. Mal gucken, was mit der neuen Kampagne kommt. Na ja, erstmal gucken, wann die neue Kampagne kommt. Tendenziell soll sie ja irgendwann bis Ende des Jahres kommen. Aber der Ruby Shop sollte halt auch im Mai kommen. Oder im April. Hat sich da nur knappe fünf bis sechs Monate verspätet. Meine Güte. Also. Von daher. Mal schauen. Mal schauen. Also wenn wir eine neunte Kampagne so bis Ostern haben, ist das glaube ich ok. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass sie tatsächlich früher kommt. Aber ich würde nicht drauf wetten wollen. Carnival of Sorrows sollte nächste Woche Donnerstag kommen, also am 4.10. ist zumindest angedacht, wenn sie nicht mit ihren T4 Event Objectives doch wieder irgendwas anderes noch abschieben müssen. Prinzipiell Platz haben sie ja, weil das nächste nach Carnival ist erst Halloween und Halloween können sie prinzipiell, also reicht es, wenn sie das am 25. ja, wobei. Ja, sie können es spätestens am 11. starten, sonst überschneidet es sich mit Halloween. Weil das Halloween Event müssen sie spätestens am 25. starten, weil das sonst halt erst nach Halloween anfängt. Stimmt, zwischen Halloween und Thanksgiving war relativ viel Zeit. Wenn es dann vom 25.10. bis 6.11. geht, naja, wobei Thanksgiving startet dann auch meist schon eine Woche vor Thanksgiving, das Event. Ich glaube, das hat immer den Donnerstag vor Thanksgiving gestartet, nicht direkt am Thanksgiving. Oh, Moment. Ist das Thanksgiving-Wochenende? Oh, nice, das Thanksgiving-Wochenende habe ich Urlaub. Also nicht direkt den Donnerstag, aber Freitag bis Sonntag. Nice. Schön, entspannt Football gucken. Heißt, ich kann tatsächlich Thanksgiving-Football auf den Donnerstag mitten, also von Donnerstag auf Freitag mitten in der Nacht gucken, weil ich Freitag frei habe. Voll gut. Tschau, Christoph. Viel Erfolg. Tschau, Christoph. Viel Erfolg. Ich überlege gerade, wo wir noch so beim Thema Thanksgiving und so waren. Irgendwie... Ach, da gehst du mal was snacken? Ich bin ein bisschen neidisch. Würde auch gerne was snacken. Ich war gerade im Überlegen, dass man irgendwie mal so so coole Traditionen zu Festtagen bräuchte. Halt nicht so, ich treffe mich Weihnachten mit meiner Familie, voll super, wovon ich mindestens die Hälfte der Leute nicht mag. Yay, voll toll. Sondern halt irgendwie sowas Fetziges. Also ich wüsste auch gerade spontan nicht was, aber... Keine Ahnung. Sich jedes Thanksgiving mit Freunden treffen und Lord of the Wheat gucken. Oder meinetwegen auch Lord of the Rings. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder sich jeden 24. Juni mit Weihnachtsmannmützen in den Park setzen und grillen. Also ich habe halt einfach gerade festgestellt, dass ich in der Hinsicht einfach so gar keine Traditionen habe. Oder halt nichts, was ich wirklich so Jahr für Jahr pflege in dem Sinne. Was glaube ich auch einfach mit daran liegt, dass ich mit so ein paar Familientraditionen irgendwie groß geworden bin, die ich dann aber ab einem gewissen Punkt einfach nur doof fand. Wie halt so das typische Weihnachtsgedöns, wo man einfach nur sitzt und denkt so... Ja, ist okay. Ich bin keine sechs Jahre alt mehr. Müssen wir das jetzt wirklich so machen? Ja, okay. Inzwischen finde ich es wieder in Ordnung. Ich habe einen Neffen, der ist sieben. Wenn ich mich nicht vertue, da ist das okay. So, wenn der halt Weihnachten mit dabei ist, da kann man Weihnachten halt wieder ein bisschen größer aufziehen. Ist okay. Aber ansonsten ist das halt so... Really? Ich überlege gerade, ist der sieben oder ist der schon acht? Keine Ahnung. Also so viel Story gab es da gar nicht. Die du da jetzt gerade verpasst hättest. War einfach nur der Gedankengang, dass man sich... Also, dass ich halt mit irgendwelchen mittelmäßig spannenden Familientraditionen groß geworden bin. Aber irgendwie mir halt... Oder mir gerade so der Gedanke kam, dass ich halt gerne irgendwelche coolen Traditionen hätte, auf die ich halt auch irgendwie... Also, auf die ich mich jedes Jahr freuen kann, weißt du? Also, okay, Festival ist quasi so ein bisschen Tradition irgendwie. Aufs Festival fahren schon. Ich meine, aufs Rockharz bin ich jetzt... Sag ich jetzt, ist es ja das 15. Mal in Folge. Das ist quasi schon Tradition. Mehr oder minder. So alt bist du nicht mal? Tja. Gut, ich wollte gerade schon wieder die Area wechseln, aber dann hat es doch gerade noch geklappt. Oh, wir haben die 80% überschritten. Und es hat nicht mal fünfeinhalb Stunden gedauert. Ich muss noch was essen, Alter. Ich habe total Hunger. Ich werfe mal kurz einen Blick in meinen Tisch, ob da noch was Spannendes drin ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Ich glaube, das macht mich nicht glücklich. Ich glaube, das macht mich nicht glücklich. Aber jetzt mit Knabbi ins Legoland. Aber ich glaube, für die Kinderfreikarte bin ich zu alt. Die machen zwar auch nicht wirklich satt, aber immer noch besser als nichts. Das ist nur die Tüte irgendwie aufkriegen. Weil die Bonbons sind ein bisschen die besten. Da habe ich gerade Bock drauf. Aber nur die roten, nein, auf keinen Fall. Die grünen und die gelben sind auch super. Wie heißen die? Ich habe ja nicht gesagt, keine Ahnung. Aber die haben keinen Namen. Fruchtkaramellen von Böhme. Aber die haben halt original einfach nicht wirklich einen Namen. Hinten sind halt die Zutaten und da steht irgendwo kleine Fruchtkaramellen drauf. Und jetzt ist es halt. Nein, die gelben sind super. Ich mag die Orangenen. Also die Orangenen sind auch okay, aber ich mag die gelben tatsächlich am liebsten. Großartig. Sind so super. Der einzige Nachteil ist, die Dinger produzieren halt unfassbar viel Müll. Weil jedes Bonbon wirklich einzig eingepackt ist. Gott, die habe ich bestimmt seit zwei, drei Jahren nicht mehr gegessen. Die sind voll geil. In zwei Tagen wird wieder gesuppt. Ich freue mich. Aber tatsächlich haben die das jetzt standardmäßig auf den Monatsersten jeweils gesetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein letzter Primesub ist länger her. Aber meine ist jetzt auch zum 1. Oktober wieder verfügbar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht am 1. September bei irgendwem gesuppt habe. Sondern eher so am 29.8. oder so. Boah, wenn man einmal mit diesen Bonbons anfängt, das hört nie auf. Da sind ja nur, wie viel? 300 Gramm. Das ist quasi eine vollwertige Mahlzeit. Hat wahrscheinlich Kalorien für fünf Mahlzeiten. 1200 Kilokalorien der ganze Beutel. Das geht. Und Zucker für sieben auf jeden Fall. Aber hey, 100 Gramm Bonbons enthalten nur knapp 55 Gramm Zucker. Total gesund. Krass, der Beutel enthält einfach mal über 150 Gramm Zucker. Das ist einfach... Krass. Ich glaube, mehr als 10, 15 Stück kann ich von den Dinger jetzt auch nicht essen. 55 Gramm Zucker auf 60 Gramm Bonbons. Ne, ganz so schlimm ist das nicht. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Sucker für Süßkram. Aber so hin und wieder mal. So zwischendurch habe ich immer mal Tage, wo ich mich von, keine Ahnung, Kaffee und Keksen ernähren könnte den kompletten Tag. Und heute ist, glaube ich, schon Tag. Ich könnte es wahrscheinlich nachgucken. Wobei, nee, ich kann auch nur... Ich sehe auch nur, dass es ungefähr einen Monat her ist. Mal gucken, ob ich direkt auf der Seite... Ich kann halt nachgucken, wann ich gestreamt habe. Tatsächlich. Aber jetzt einfach nicht so. Wenn Sie da, ob ich jetzt noch mal angefangen habe. Wenn Sie da nicht einmal kurz machen. Ich finde, ich wäre hier nicht super. Aber ich sehe, dass ich das alles anders hatte. Ich sehe, dass du das mal wieder gut machen könnt. Ich müsste das nicht. Das ist natürlich. Ich habe raus und so gut. Aber ich sehe ihn jetzt mal wieder. Ich sehe keinen Fall von der Seite. Ich sehe die Seite, aber ich sehe da. Und ich sehe den Eck. Das wäre gut. Aber ich sehe mich sehr gut. Und ich sehe mich noch mal dran. die User nicht. Also ich habe am 2. September auf jeden Fall gestreamt. Und hatte da Subs. Ansonsten, also entweder 2. September oder 27. August. Eins von beiden. So, reicht jetzt mit Bonbons. Ob ich tatsächlich am 1. September subscribed? Halte ich für unwahrscheinlich, aber möglich. Ich habe völlig vergessen, meinen Prime Sub im Februar auszugeben. Tja, schade. Aber am 1. September ist unwahrscheinlich. Also ich schätze, die werden es einfach grob auf den, also zusammen mit der Info Achso, naja gut, auch möglich. Aber wäre schon Zufall, wenn wir beide direkt am 1. September, also ich bin skeptisch. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass sie da im Zweifelsfall irgendwas gerundet haben. Aber eigentlich auch wurscht. noch rund 150 areas. Das Ende rückt langsam näher, in greifbarer Nähe, quasi. Du hast quasi ein Jahr kostenlos primal als Student? Ist schon nett. Also, das ist definitiv nett. Und danach zahlst du, glaube ich, auch nur die Hälfte, ne? Ja, genau. Wasser, eine gute Idee. Dann werden die Kisten zurücksetzt, die man alle feststellen kann. Du bekommst die beim ersten Run in einer Kampagne, halt alle fünf Level. Danach hast du ne 25, also dann hast du auch immer so ein kleines Kistensymbol. Wenn du den Boss vorher noch nie besiegt hast, hast du hier so ein kleines Symbol oben dran. Ansonsten hast du ne 25-prozentige Chance, dass ne Kiste droppt. Falls das die Frage war. Achso, wenn du die nicht öffnest im Inventar, die bleiben. Also, die kannst du theoretisch sammeln. Ich habe hier ja auch irgendwie, äh, falsche Taste. Äh, ich habe hier ja auch irgendwie 1000 Silver Chests rumliegen. Also, die kannst du sammeln, solange du möchtest. Gerade bei Silver Chests würde ich dir auch empfehlen, immer ein paar aufzuheben. Ähm, für Objectives am Anfang, weil du da immer nochmal ein bisschen extra Gold herkriegen kannst, was dir im Zweifelsfall am Ende von schwierigen Objectives helfen kann. Äh, Jewel Chests würde ich am Anfang immer direkt aufmachen, weil du da, also da ist zum einen nie Gold drin, äh, das heißt, ist für Objectives nicht wichtig und zum anderen hast du da halt einfach ganz gute Chancen, vernünftiges Gear für deine Crusader zu bekommen, was dich halt zügig weiterbringt. Das ist auch in der Tat der einzige Grund, warum ich, also fast der einzige Grund, warum ich mir Prime wieder geholt habe für werbefreies Twitch. Ich halt einen Monat lang Werbung auf Twitch hatte und es ging mir so auf den Sack. 27. 28. 28. Crusader-Slot freigeschaltet, der letzte dauert aber noch ein bisschen. Was ist denn der letzte dann bei dir? Weil bislang gibt's nur 28. Und ich weiß, dass es nicht mehr permanent werbefrei ist. Achso, 27 von 28 freigeschaltet, okay. Also die Sache ist, dass bei mir gilt's noch, bis sich der Prime, also bis ich das Prime-Abo verlängern müsste, ich glaube, dass es noch bis April oder Mai. Und wenn ich danach kein werbefreies Twitch mehr habe, werde ich halt Prime auch einfach kündigen, weil dann bringt mir Prime halt exakt gar nichts mehr. Beziehungsweise zumindest nichts, wofür ich 60 Euro im Jahr ausgeben würde. Ich meine, letztendlich, wenn man viel davon nutzt, ist es prinzipiell, also es ist schon super. Also A, Versand, wenn man halt online viel bestellt, dafür ist es okay. Da ich aber wenig online bestelle und in locker 50% der Fälle DHL eh nicht bei mir klingelt, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, bringt's mir halt nichts. Twitch Prime kann ich zur Zeit am PC nicht gucken. Hatten wir ja vorhin schon, wegen Multi-Monitor-Lag-Problem-Gedöns. Ist also auch aus. Die Spiele, die es bei Prime kostenlos gibt, habe ich bislang irgendwie drei oder vier von geclaimt und keins von gespielt. Und das Einzige, was es halt wäre, wären halt die Subs, die du halt monatlich kostenlos kriegst. Da zahle ich aber halt so viel, also da kann ich halt auch nur mal subben und zahle dann das Gleiche. Prinzipiell würde mich Werbung auf Twitch auch gar nicht so stören, wenn sie halt innerhalb von 14 Tagen mal mehr als einen Spot hätten. Aber es ist ja immer so, sie haben halt irgendeinen Spot und der läuft dann halt echt wochenlang am Stück immer und immer und immer wieder. Ist halt so, oh. Ich will nicht wissen, wie oft ich den Spot für Cloak & Dagger gesehen habe. Bin ich echt in den Wahnsinn getrieben. Ninja Kiwi auf Kong? Was hat das damit zu tun? Achso. Den Spot habe ich gar nicht so viel gesehen. Wenn du aktiv subst, ist Prime dann effektiv. Also ja, an sich ist es halt so, du kannst, also wenn ich halt eh einmal pro Monat irgendwo subben würde, kann ich halt genauso gut Prime nehmen und habe gegebenenfalls noch andere Vorteile, die ich nutzen könnte, wenn ich sie nutzen würde. Also es ist dann halt gut wie gesprungen, aber dafür brauche ich dann halt nicht zwangsläufig Prime. Zurücksetzen kannst du mit Nate, der ist bei dir aktuell im letzten Slot, Nate Dragon. Der hat eine Ability, eine vierte, vierte Ability müsste das sein. Mit der kannst du resetten. Heißt glaube ich Reset the World oder so. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ist die sechste sogar erst, okay. Stimmt, bei Milgrid ist es die vierte. Auf jeden Fall die, die 500 groß Kuh kostet, wie viel auch immer das in vernünftiger Schreibweise ist. Warte mal, prinzipiell die hier. The End of the World. Oh, habe ich jetzt auch gerade Reset? Ah nein, habe ich nicht. Wow, zehn Areas anlocken. Super Daily Quest, aber es ist wenigstens schnell gemacht. Wenn ich deine Videos so gucke und sehe, dass ich pro Reset nur 250 Idols bekomme, möglicherweise muss ich dann noch eine Weile. Ja, am Anfang ist es halt relativ wenig. Aber spätestens, wenn du irgendwann Bonus-Idle-Drops freigeschaltet hast, fast eine Weile dauert, bis du das freischaltest. Aber ab dann geht es halt echt steil ab. Beziehungsweise steil aufwärts. Glaubst du, wenn du Mindy hast, bist du erstmal sehr zufrieden? Naja, die kannst du ja nächste Woche holen. Und in der Tat geht Idols Farmen inzwischen deutlich schneller als zu der Zeit, in der ich gestartet habe, in der Tat. Also vor drei Jahren gab es halt so viele Gameplay-Mechaniken noch nicht, die das Farming alles so viel schneller gemacht haben. Wie kommt man an Epic-Crafting-Materials? Und du musst ein episches Item doppelt bekommen aus einer Kiste. Also Crafting-Materials bekommst du, wenn du halt Gear mehrfach bekommst. Alternativ durch Missionen auch oder genau, wenn du ein Legendary craftest, dann kriegst du auch Materials. Tier 2 als Anfänger geht relativ zügig. Also muss ja trotzdem nur bis Area 150, glaube ich. Also das geht noch relativ gut. Also mit Weekend-Buff und wenn du schon so, keine Ahnung, 300, 400 Idols hast, sollte das eigentlich nicht so das Drama sein. Vielleicht vertue ich mich da auch. Ich weiß halt nicht, wie sehr sich Crafting und so da auswirkt. Die Sache ist, als Tier 2 kam, habe ich halt schon ein Jahr gespielt und hatte halt deutlich mehr Idols, von daher kann ich das super schwer einschätzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch schon mit weniger als 5000 Idols schafft. Aber ich mag mich täuschen. Bis 400? Echt? So weit? Für Tier 2? Muss ja selbst für Tier 3 nur bis 500. 400 ist, glaube ich, zu viel. Also 300 maximal, würde ich echt 400. Lässt sich rausfinden. So, Campaigns, Carnival of Sorrows. Ja, bis Area 300 ist es. Okay, bis Area 300 ist schon nicht so ohne. Aber mit einem vernünftigen Weekend-Puff und so schon machbar. Wir haben übrigens erfolgreich die 90... Ne, stimmt gar nicht. Nehme alles zurück. Nehme alles zurück. Noch nicht. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Okay, also vom Schaden sollte das definitiv kein Problem sein. Noch rund 100 Areas to go, da sollten wir ja E4 bis E5 Schaden locker noch dazu kriegen. Ne, ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf. Da wechsle ich lieber nochmal die Area. Vor den Klickern hast du mal vor dem AFK-Gehen immer was auf die G-Taste gelegt. Ich hätte, glaube ich, nichts, was ich so präzise auf die G-Taste legen könnte, ohne noch was anderes zu drücken nebenher. So, als wäre das G irgendwo am Rand der Tastatur. Oh, fucking Healer-Shielder-Kombination, das ist so nervig. So, jetzt aber. Wir haben offiziell die 90% geschafft. Noch 105 Areas. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Kaffee, der direkt durchläuft, nochmal ganz kurz wegzubringen. Heißt, ich bin nochmal zwei Minuten AFK. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Doch von 8 geht's meine ich noch zurück auf 1 Sollte eigentlich Aber prinzipiell würde ich eh nicht empfehlen Mehr als 3 Legendaries pro Woche zu craften Also im Ausnahmefall vielleicht mal 4 Aber 3 pro Woche ist eigentlich ein ganz gutes Maß Ich mach zur Zeit meistens nur 2 die Woche Weil ich nicht genug Catalysts dran bekomme Jetzt wird aufgerundet Also ist die Frage, ob direkt aufgerundet wird Oder ob mathematisch gerundet wird Aber wobei, warte mal Naja doch, ich hab mich oben auch verlesen Wenn es 1,6 sind, dann wird ja so oder so aufgerundet Dann kann sein, dass es von 8 doch auf 2 zurückgeht 216 Legendaries, dann müsste ich auch ungefähr sein 217 11 Catalysts noch Geht so Es ist halt echt, seitdem ich angefangen habe Rubies komplett zu sparen Habe ich halt echt keine 3 Legendaries Ja doch, keine 3 Legendaries pro Woche mehr Oder beziehungsweise ganz selten Ja doch, keine 4 Legendaries Ja doch, keine 4 Legendary Ja doch, keine 4 Legendaries Ja doch, keine 4 Legendary Ja doch, keine 5 Legendary Keine 100 Areas mehr und wir haben dieses Trauerspiel von einem Objective endlich hinter uns. Wir sehen hier auch erst bei ungefähr 6 Stunden Aufnahme. Auch da bin ich eins vor dir. Tja, war aber zwischenzeitlich auch anders. Längste Crusaders-Folge ever, auf jeden Fall. Ich glaube, die längste war bislang irgendwie Livestream-Mitschnitt, als das Crafting irgendwie neu war. Lass wir mal gucken. Stunde 31. Zwei Stunden 25. Zwei Stunden 25 scheint bislang die längste Crusaders-Folge gewesen zu sein. Zumindest in Staffel 2. Ich glaube nicht, dass ich in Staffel 1 irgendwann so eine lange Folge hatte. Die waren ja alle relativ übersichtlich. 20 bis 30 Minuten. Da hat vielleicht mal ein paar 40er mit bei. Aber da hatte ich halt nicht so einen Ausreißer. Folge 96 ist tatsächlich über eine Stunde lang. Von der ersten Staffel. Warum auch immer. Das war, glaube ich, auch ein Objective. Oder? Mal reingucken. Ja, auf jeden Fall irgendein Objective. Oder war Mischief in Mugwarts gerade neu? Okay. Das ist einfach mal zweieinhalb Jahre her. Über zweieinhalb Jahre. Gott, da gab es nichts. Großartig. Ich gehe stark davon aus, dass die Klicks von den Taskmasters für das Click-Achievement zählen. Ich habe das Achievement aber schon, daher kann ich es nicht überprüfen. Aber sie zählen auf jeden Fall für die Daily Quests. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie auch für das Achievement zählen. Wie viele Klicks habe ich inzwischen? Wir haben aber immerhin mal in diesem Objective, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, und da waren wir schon bei Area 500 oder so, einfach mal 70.000 Klicks gemacht. Das ist nicht eben wenig. Ich glaube, es sei kein Frosch. Das ist doch auch so eine Folge, über die ich mich permanent aufgeregt habe, oder wie scheiße das Subjective ist. nur am Abkotzen war. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. War das nicht das Ilsa Recruitment Objective oder so? Irgendwie so... Ich habe es gehasst. Das ist alles, was ich davon noch weiß. Keine Ahnung mehr warum, aber ich fand es schrecklich. Ich glaube, realistisch betrachtet sogar schrecklicher als das hier gerade. Das ist halt einfach nur unnötigerweise super langsam. Krusever Staffel 2 ist inzwischen drei Stunden länger als Staffel 1. Naja, dann ist ja auch gleich neun Stunden länger als Staffel 1. Ja, die Folgen gehen im Schnitt zehn Minuten länger, das stimmt. Also zum einen sind viele Livestream-Aufnahmen dabei, die auch gerne mal eine Stunde gehen. Und selbst die Event-Folgen, also es sind ja hauptsächlich Event-Folgen. Wenn ich da noch irgendwas anderes mit reinnehme als nur das Event, bin ich ja auch ganz schnell bei 30 bis 40. Und ich denke, dieser Livestream kommt wirklich als eine Folge auf YouTube. Ich gehe stark davon aus. Ich habe nämlich keinen Bock, das irgendwie in sechs bis sieben Folgen zu schnippeln. Ist auch nicht so, als würde man zwischendrin irgendwas Spannendes verpassen, wenn einem so zehn bis fünfzehn Minuten fehlen. Zwar, ich könnte auch vier locker daraus machen. Aber ich finde, so ein Mal, so ein sechseinhalb Stunden Video, man kann das mal machen. Ich weiß nicht, ich habe ja bei Clicker Heroes 2 auch nachgefragt. Da waren ja viele, nee, mach lieber halt zwei Stunden oder drei Stunden Videos, statt das halt in ein Stunden Folgen zu schnippeln. Von daher ist mir jetzt auch egal. Und ja, ich habe wirklich um 11 Uhr da, also kurz nach 11.30 Uhr. Also die Aufnahme läuft jetzt seit sechs Stunden und sechs Minuten. Also haben wir quasi um 11.33 Uhr mit dem Objective angefangen. Ungefähr. Oder 11.35 Uhr vielleicht. Ja, der Stream an sich läuft schon sechs Stunden zwanzig, aber ich habe ja, bevor wir eigentlich losgelegt haben, so zehn, fünfzehn Minuten nur Musik gestreamt. Also an sich, der Stream läuft sechs Stunden 21 jetzt. Aber die Aufnahme eben, der ist sechs Stunden sechs. Da bin ich tatsächlich ganz guter Dinge, dass wir bis 18 Uhr durch sind und ich dann mehr oder minder pünktlich Haustiere versorgen fahren kann nach Plan. Das finde ich eigentlich ganz gut. Beziehungsweise, dass wir es tatsächlich schaffen, bevor ich los muss. Das ist... Ich war zwischenzeitlich skeptisch. Mal gucken, wie viel Bad Luck wir jetzt noch haben. Wie lange läuft das noch? 40 Minuten? Könnte reichen. Erstaunlich, dass mein Arbeitsspeicher in der Zeit nicht vollgelaufen ist. Crusaders belegt auch gerade schlanke 1,2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Open Broadcaster hingegen belegt knapp 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Wie gut, dass ich das Twitch-Dashboard in Firefox offen habe und nicht in Chrome. Sonst wäre das wahrscheinlich noch mal ein weiteres Gigabyte nur für den Browser. Ne. Ja, noch 70 Areas. Yay, neue Mission. Okay, nehme ich. Rio, du schon wieder. Ravioli incoming. Wolltest du dir nicht ein Dürum holen vor 2 Stunden oder so? Also, ich meine ja nur. Oder hat hier der Fleischlauch bei den 4 Stunden Aushilfsarbeit gereicht? Entschuldigung. Ah, da geht er direkt wieder. Hahaha. Das Traurige ist, ich habe nach 4 Runden dieses schäbige Objective. Keine Ahnung, wie diese ganzen Viecher heißen. Also, okay, das ist offensichtlich ein Tentamon, aber ich habe halt keine Ahnung, wie die anderen heißen. Das ist mir völlig egal. Wie viele Idols nimmst du eigentlich im Freeplay so mit? Ähm... Kommt drauf an. So... Puh. Im Schnitt irgendwie so 2,8 bis 3 Millionen. Also, je nachdem, wie lange das Freeplay läuft und wie viel Glück ich halt mit Bonus-Idle-Drops habe. Aber ich glaube, so knapp 3 Millionen im Schnitt kommt ganz gut hin. Okay, schadenstechnisch sind wir auf jeden Fall fein raus für den Rest des Objectives. Das passt. Auch ohne Milgrid. Was gut ist, die ist nämlich locker noch eine Stunde weg. Ich überlege gerade, wenn ich mit Arbeit, selbst wenn ich nur einen Reset pro Tag schaffe, Na, könnte knapp werden, aber dann sollte ich bis Ende des Jahres... Ah doch, nee, wir sind ja erst Ende September, nicht Ende Oktober. Doch, dann bin ich bis Weihnachten eigentlich locker auf der... auf der eine Milliarde Idols. Das sollte eigentlich passen. Ciao, Draki. Top Tier T2. Ich habe keine Ahnung. Es ist ewig her, dass ich das gemacht habe. Was sagen denn die Recommendations? Ähm... Recommendations sagt... ...150.000 Idols. Könnte aber... Warte mal... Also 111.000 könnte schwierig werden. Ich lieber noch ein bisschen warten. Wobei ich nicht weiß, ob das... Äh... Ob die Kommentare hier... ...Pre- oder Post-Crafting sind. Okay. Es ist offensichtlich alles Pre-Crafting gewesen. Okay, nein, das solltest du eigentlich schaffen. Also es gibt zumindest Spieler, die es offensichtlich auch mit... irgendwie einem Drittel von deinen Idols geschafft haben. Hängt natürlich auch immer vom Gear ab. Aber... prinzipiell machbar. Mit Rosy oder Greyskull? Weiß ich nicht. Hast du auf denen gutes Equipment? Im Zweifelsfall könnte sogar einer von den Standards 20 irgendwie besser funktionieren. Ja... Hermit oder Werewolf? Also wenn du da einen... ...von beiden Full Epic haben solltest... ...ist das vielleicht... ...sogar die bessere Wahl. Aber... ...musst du einfach mal ausprobieren. Es sei denn, du hast auf Rosy oder Greyskull halt auch super gutes Equipment. Aber Hermit ist halt an sich DPS Crusader. Solange du nicht capst, also solange du halt nicht ans Maximallevel des Crusaders kommst, sollte das... ...nicht das Thema sein. Falls du bei Hermit ans Maximallevel kommst, dann auf jeden Fall wen in einem höheren Slot nehmen. Aber Hermit mit Full Legendary klingt erstmal machbar. Noch 48 Areas. Noch 48 Areas. Wir haben's bald. So langsam krieg ich echt Hunger. So richtig. Wollte ich mir eigentlich auf dem Rückweg vom Katzenzitten was zu essen holen, aber vielleicht mache ich das auch auf dem Hinweg. Mal gucken. Sind noch Bonbons da? Hm. Schon, aber satt machen die auch nicht wirklich. Aber ist erstmal besser als nichts. Stimmt schon. Mal ein paar von den Orangenen essen, die müssen ja auch weg. Hm. Die sind gar nicht so schäbig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Nomm, 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 nomm. Nö, kleb. Matsch. So, ist das ein Healer oder sind das zwei? Ok, Frage beantwortet. Ok, Spawnspeed reicht auf jeden Fall. Noch 40 Areas. Oh, höre ich gerade auf zu Insta killen. Ah ok, das waren natürlich auch ein paar Crusader tot. Na, das passt alles. Ich frage mich, ob mir nur Free Plays als Motivation reichen, wenn ich endlich dieses kack Objective durch habe. Bislang war es immer noch so, ach naja, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann kann ich immer noch irgendwelche nervigen Objectives angehen, die ich bislang nicht gemacht habe. Aber die habe ich ja dann auch alle durch. Mal gucken. Mal schauen, was hoffentlich nächste Woche mit T4 Events kommt. Aber wenn die halt so, also grob so aufwendig werden wie die, ähm, na, wie die Tier 3 Objectives, sind die halt einen Tag lang Beschäftigung. Maximal zwei. Was können die neuen Ruby Dinger? Äh, das sind Auto-Clicker. Also du kannst hier drei davon hier ins Feld packen für superschnellen Item-Pickup oder du kannst, ähm, einen auf den Crusader packen zum permanenten Leveln oder auf den Auto-Progress hier oben oder auf die Skills. Genau die bleiben für immer. Warum habe ich einen Auto-Clicker nicht drin? Weil ich ihn nicht brauche. Also drei reichen für schnellen Auto-Pickup. Und den vierten brauche ich halt nicht. Also der macht es halt nicht schneller. Und ich sitze halt sowieso aktiv davor, also ich level ja eh die Crusader selber. Sonst hätte ich den vierten jetzt auch mit reingenommen, also wird den vierten auf Geo packen, im Freeplay jetzt zum Beispiel. Aber so, ähm, nutzt es im Moment ja nichts. Noch 30 Areas. Ich würde den vierten sicherheitshalber auf Auto-Progress, dann kann man es nicht vergessen. Nee. Also im Freeplay brauchst du es eh nicht. Und, äh, in dem Objective ist es tatsächlich schneller, wenn ich es manuell mache. Wie viele Idols kriege ich hier eigentlich beim Reset? Wahrscheinlich nicht nennenswert viele. Ah, 300.000 ungefähr. Nee. Das lohnt nicht wirklich. Wie oft klicken die Auto-Clicker? Einmal pro Sekunde meine ich. Wobei, nee. Das müsste eigentlich häufiger sein, oder? Also, sie klicken einmal pro Sekunde, wenn man Crusader levelt, im Feld fünfmal? Im Feld fünfmal, offenbar. Ah, okay. Äh, die beiden Kauf-Clicker. Der eine kostet vier Euro, der andere ungefähr acht. Also, es sind, glaube ich, 5,95 Dollar und irgendwie 11 Dollar oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so um den Dreh. Also, zumindest auf Kongregate. Ich weiß nicht, wie die Preise auf Steam sind, aber die werden wahrscheinlich ähnlich sein. 10 und 5 Dollar auf Steam? Verdammt, hätte ich es mal auf Steam gekauft. Da hatte ich es ja erst nicht gesehen. Dang it. Ist das sogar noch günstiger. Naja, dafür habe ich jetzt 10 Creds als Bonus auf Kongregate über. Auch egal. Und letztendlich ist das halt ein Unterschied von, keine Ahnung, 50 Cent oder so. Also geschenkt. Noch 20 Areas. Warum klicken die Clicker eigentlich alle mit ihrem linken Arm? Ja. 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 Ich finde mal in Ruhe Essen acht nichts Böses und dann seilt sich eine Spinne neben dir ab. Wenigstens hat sie sich nicht auf deine Ravioli abgeseilt. extra Eiweiß ich glaube davon hat er heute genug 40 Euro verdient sich halt nicht von allein können wir jetzt bitte den Schilder platt kriegen Dankeschön noch 15 Areas Gott, falls wir irgendwann Pokémon GO T5 rausbringen, den installiere ich das Spiel es sei denn sie haben bis dahin irgendeine Mechanik reingebracht, die das einfacher machen oder die das ganze Ding einfacher macht und weniger nervig, aber irgendwie wage ich das zu bezweifeln und ich hätte T4 auch nicht gemacht, wenn die Autoklicker nicht gewesen wären selbst mit Autoklickern ist es nervig genug Du hast es ohne gemacht? selber schuld Wolltest kein Jahr auf den Shop warten? Hm, ich hatte eh nichts besseres zu tun Noch 10 Areas Jetzt müssten sie das Spiel erstmal spielen, um was zu verbessern ja, ist ja auch wieder recht Noch 9 Areas noch 8 noch 8 Meine Schätzung mit 6,5 Stunden lag ganz gut Wir sind jetzt bei ziemlich exakt 6 Stunden 30 Aufnahme also objective gestartet wahrscheinlich so vor 6 Stunden 27 oder so Noch 7 Areas Ich wette wir müssen gleich nochmal zurück Noch 6 Areas Erstaunlich wenig Delay Noch 5 Noch 4 Langsamster Countdown ever ey Noch 3 Noch 3 Hintergrund läuten schon feierlich die Kirchenglocken hört man in der Aufnahme wahrscheinlich nicht, aber egal Noch 2 Noch 2 Ich finde es schön, dass die Healer Shield Combo in den letzten 10 Areas nicht gekommen ist Letzte Area Endlich ist dieser Scheiß durch Holy Fucking Shit Reset Instant 12 Scheiß auf 25% Bonus Idols Und jetzt hängt sich das Spiel auf, das wärs Finally Alter Finnen War das unnötig Also liebe Spieleentwickler weltweit, wenn ihr wissen wollt, wie man Spiele so designt, dass sie keinen Spaß machen, hier habt ihr ein 6,5 Stunden langes perfektes Beispiel dafür Freeplay, bitte Freeplay, bitte So, du und... ach, das passt sich eigentlich alles voll gut Oder auch nicht Du musst eigentlich mal hier hin Hast du jetzt noch Objectives offen? Nein Zur Zeit nicht Bis was Neues kommt, nicht mehr Alles erledigt Komplett Endlich Boah, war das nervig Alright, dann mache ich jetzt auch mal Feierabend und gehe Katzen versorgen Von daher Es gibt gleich im Stream noch einen Song zum Schluss, wie sich das gehört Aber zumindest für die Aufnahme erstmal Vielen, vielen Dank fürs Zugucken Angenehmen Tag noch Und Vielen Dank, dass ihr das mit mir zusammen ertragen habt Und ich hoffe, wir sehen uns trotz allem irgendwann wieder Macht's gut, haut rein Und tschüss